Strafverfolgungsbeamte werden regelmäßig mit Lügen konfrontiert. Nur wenige Straftäter geben ihre Schuld zu und sind bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Am schlimmsten ist es, wenn ein Verbrecher versucht, eine andere Person zu beschuldigen. Manchmal dauert es Jahre, bis man herausfindet, wer das Verbrechen begangen hat, aber selbst dann können noch Fragen offen sein. Judith Hawkey wurde am 9. Januar 1967 geboren. Sie wuchs mit ihren Eltern in einer provinziellen Gegend im Bundesstaat Ohio, USA, auf. Judith war aufgeweckt und fröhlich, bis ein Unfall in ihr Leben trat. Als sie drei Jahre alt war, wurde sie von einem Auto angefahren. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und erholte sich lange Zeit. Vor diesem Hintergrund verlor sie eine Zeit lang den Kontakt zu Gleichaltrigen und Freunden und hatte dann Probleme in der Schule. Glücklicherweise gelang es dem Kind mit der Zeit, sich zu regenerieren. Das Mädchen erholte sich vollständig und kehrte zu einem erfüllten Leben zurück. Zur gleichen Zeit war die Beziehung der Eltern nicht sehr günstig. Es kam zu einem Zerwürfnis, das in einer Scheidung mündete. Daraufhin zog ihre Mutter mit Judith in eine andere Stadt. Dort heiratete ihre Mutter erneut. Die Beziehung zum zweiten Ehemann war nicht besser als beim ersten, und sie stritten sich oft. Die Entfernung behinderte die Kommunikation mit ihrem leiblichen Vater. Judith wuchs heran und dachte immer wieder daran wegzuziehen, aber ihre Mutter verbot es ihr, zumindest bis sie erwachsen war. Die Atmosphäre im Haus heizte sich auf. Es wurde zu einer weiteren Runde von Problemen auf ihrem Lebensweg. Doch sie wollte sich mit den Umständen nicht abfinden. In der Highschool beschloss sie, dass es Zeit für radikale Veränderungen war. Mit 17 Jahren verließ Judith die Schule und ging nach Arizona zu ihrem leiblichen Vater. Hier lebte sie für eine kurze Zeit. Sie begann eine Beziehung mit ihrem Freund, mit dem sie nach Alaska zog, aber das Leben verlief, wie so oft, anders als die Vorstellungen junger Menschen. Häusliche Probleme machten die ganze Romantik und ihre Beziehung zunichte. Daraufhin kehrten sie und ihr Freund 1991 nach Ohio zurück. Das Paar war nicht in der Lage, die Beziehung zu retten, und beschloss, sich zu trennen. Judith hatte einen neuen Freund namens Scott. Von Beginn ihrer Bekanntschaft an entwickelte sich ihre Beziehung recht schnell. All dies führte zu einer Schwangerschaft und der Eheschließung. Bald darauf wurde ihre gemeinsame Tochter geboren. Sie führten einige Jahre lang eine normale Beziehung, aber so schnell wie ihre Beziehung begann, so schnell endete sie auch wieder, und sie ließen sich scheiden. Der biologische Vater beschloss, dass die Mutter des Kindes der elterlichen Verantwortung nicht gewachsen war und wollte seine Tochter selbst erziehen. Judith hatte nichts dagegen und überließ ihre Tochter dem Vater. Im Jahr 98 lernte Judith Robert Brininger kennen, der sich als geschiedener Mann herausstellte, der mit einem Sohn namens Corey zusammenlebte. Die Mutter des Kindes war weggelaufen und hatte ihren Sohn nie gesehen. Judith und Robert verstanden sich auf Anhieb und begannen, miteinander auszugehen. Der Mann lebte mit seinem Kind in einem kleinen Haus. Er und Judith freundeten sich schnell an, und bald zog sie bei ihnen ein. Robert Corey und Judiths Sohn Robert lebten in der kleinen Stadt McSanter in Bethines County, Ohio. Sie heirateten später. Es schien, als hätte Judith endlich ihr kleines Glück gefunden. Wahrscheinlich um die Ernsthaftigkeit ihrer Absichten gegenüber dem neuen Mann zu demonstrieren, beschloss sie sogar, Corey zu adoptieren, da er ohne Mutter aufgewachsen war. Das war eine große Freude für einen alleinerziehenden Vater, der schon lange davon träumte, wieder eine vollständige Familie zu gründen. Robert arbeitete viel, sodass er sich nicht ausreichend um seinen Sohn kümmern konnte. Nun war der Junge in der Obhut seiner Ehefrau, und Judith war die perfekte Gelegenheit, die Lücken zu füllen. Robert arbeitete in einem Stahlwerk in einer Nachbarstadt, wo oft Nachtschichten anstanden und er sehr müde war. Deshalb hatte er die Angewohnheit, gegen Mittag ins Bett zu gehen und immer Ohrstöpsel zu benutzen, damit ihn keine fremden Geräusche von seiner Ruhe ablenken konnten. Zu dieser Zeit kümmerte sich seine Lebensgefährtin, eine Hausfrau, um ihren Sohn und den Haushalt. Das Familienleben schien geregelt zu sein, und alle fühlten sich wohl, bis sich der Unfall ereignete. Der 3. November des Jahres 2003 sah für die Familie Breininger wie ein gewöhnlicher Tag aus. Am Nachmittag stieg der 10-jährige Corey aus seinem Schulbus aus. Er war auf dem Weg von der Schule nach Hause. An diesem Tag holte ihn seine Stiefmutter an der Bushaltestelle ab, obwohl sie das normalerweise nicht tat. Der Schuljunge stieg mit einigen Klassenkameraden aus, die in der Nähe ihres Hauses wohnten. Es war kurz vor 16 Uhr. Judith begleitete Corey zu dem Haus, in dem Robert sich nach der Nachtschicht ausruhte. Der Junge ging hinein, aber die Frau ging nicht mit ihm hinein. Sie begleitete einige andere Kinder aus der Nachbarschaft nach Hause, weil sie um die Sicherheit der Schulkinder fürchtete. Nichts schien auf ein Blutvergießen hinzudeuten, und doch war es nur wenige Minuten entfernt. Das ruhige Viertel wurde von Schüssen durchbrochen. In der Zwischenzeit hatte Corey das Zimmer seines Vaters betreten, eine Schrotflinte auf seinen Kopf gerichtet und den Abzug betätigt. Der schlafende Mann erhielt einen Schuss ins Gesicht, der für ihn tödlich war. Robert war auf der Stelle tot. Der Junge rief daraufhin den Notruf an und teilte dem Disponenten mit, dass er im Haus seines Vaters versehentlich eine Schusswaffe benutzt habe. Der zehnjährige Junge dachte nicht, dass ein unschuldiger Streich zu einer Tragödie führen könnte, und er hatte auch nicht erwartet, dass das Gewehr geladen war. Er wollte nur spielen und schoss versehentlich auf seinen Vater. Corey rief um Hilfe und versuchte, erste Hilfe zu leisten, aber alle Bemühungen waren vergeblich. Seine Stiefmutter rannte ins Haus, um zu helfen, und war schockiert von dem, was sie sah. Als die Polizeibeamten im Haus in der Kyle Street eintrafen, stand der Junge unter Schock. Er gestand den Ordnungshütern sofort, was geschehen war, und sagte ihnen, dass alles ein Unfall gewesen sei. Kurz vor seinem Tod hatte sein Vater ihm die Regeln für den Umgang mit einem Jagdgewehr gezeigt, da viele Leute in der Gegend Schrotflinten zur Selbstverteidigung und zur Jagd benutzten. Sie bereiteten sich gerade auf die Jagd vor, und Corey wollte in diesem Moment den richtigen Umgang mit der Flinte üben. Unglücklicherweise befand sich sein Vater, als er versehentlich den Abzug betätigte, in der Schusslinie und wurde in den Kopf geschossen. Robert wurde in seinem Bett angeschossen und getötet. Es gab keine Möglichkeit, dem 34-jährigen Mann zu helfen. Er starb an seinen Wunden, bevor Sanitäter und Polizei eintrafen. Die Todesursache war ein einzelner Schuss in den Kopf. Die Gerichtsmediziner, die den Tatort untersuchten, kamen zunächst zu dem Schluss, dass der Junge gelogen hatte. Die Ermittler stimmten ihrer Version zu. Es erschien unwahrscheinlich, dass Corey im Zimmer seines schlafenden Vaters mit einer Waffe üben wollte, und die Gerichtsmediziner stellten fest, dass der Lauf der Schrotflinte nur wenige Zentimeter vom Kopf des Opfers entfernt war. Das passte nicht zu der Geschichte des Jungen. Dies wurde durch die Art der erlittenen Verletzungen sowie durch Spuren von Schießpulver auf der Haut und dem Bettzeug des Opfers belegt. Es wurde auch festgestellt, dass Robert kurz vor der Tragödie seinen Sohn wegen seiner schlechten schulischen Leistungen getadelt hatte. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass der Streit das eigentliche Motiv für den Mord war, und der Versuch, den Umgang mit einer Schrotflinte zu üben, in Wirklichkeit ein bewusster Racheakt war. Dennoch erschien es absurd, einen Zehnjährigen des Mordes zu beschuldigen. Auch die Öffentlichkeit bedrängte die Ermittler und argumentierte, dass Corey für den unglücklichen Streich nicht verantwortlich gemacht werden könne. Er hatte immer den Eindruck hinterlassen, ein guter Junge zu sein. Trotz aller Ungereimtheiten, die bei den Ermittlungen aufgedeckt wurden, hielt die Polizei die Geschichte des Jungen für wahr. Das Kind wurde nie wegen Mordes angeklagt. Es wurde nie für das Geschehen verantwortlich gemacht. Der Mord wurde als Unfall abgetan. Die Polizeibeamten versuchten nicht einmal, andere Versionen des Geschehens und eine mögliche Beteiligung Dritter in Betracht zu ziehen. Die Ermittler wurden nicht durch die Tatsache in Verlegenheit gebracht, dass nach Roberts Tod Judith als Begünstigte eine anständige Versicherungszahlung in Höhe von einer halben Million Dollar für sein Leben erhielt. Dann nahm die Frau Corey und verließ einfach die Stadt, um dem Klatsch und Tratsch zu entgehen. Mehrere Jahre lang war nichts über ihr Leben bekannt. Sieben Jahre nach der Tragödie, im Oktober 2010, heiratete Judith einen Mann namens Gary. Er nahm sie und den Jungen bei sich auf. Er war sehr berührt von Judiths Lebensgeschichte, der Tragödie mit ihrem Ex und der Adoption des Jungen. Es schien, dass das Leben langsam besser wurde. Corey erholte sich allmählich und ging aufs College. Doch im März 2012 erzählte der 19-jährige Corey unerwartet einem seiner Lehrer, was an jenem schicksalhaften Tag mit seinem Vater wirklich geschehen war. Die Tragödie, die seinem eigenen Vater widerfahren war, war kein Zufall. Seine Geschichte berührte den Lehrer und er zog weitere Kollegen hinzu. Der junge Mann sprach mit mehreren Lehrern der Einrichtung und erzählte von der Tragödie, die ihm widerfahren war. Das Kind sagte, seine Stiefmutter sei für den Tod seines Vaters verantwortlich und Judith habe ihn absichtlich mit einer Pistole in der Hand in den Raum gelotst und ihn gezwungen, seinen Vater zu erschießen. Außerdem behauptete der Junge, er sei Opfer von Misshandlungen durch seine Stiefmutter, denen er nach dem Tod seines leiblichen Vaters mehrere Jahre lang ausgesetzt war. Die Schulleitung brachte die Geschichte zur Polizei. Die Ermittler waren erstaunt über das, was sie hörten, und beschlossen, persönlich mit dem Schüler zu sprechen. Er erzählte der Polizei die Geschichte in allen Einzelheiten. Nach Angaben des jungen Mannes hatte seine Stiefmutter ihn getäuscht. Sie erzählte Corey die Geschichte, dass sein Vater an einem schweren, bösartigen Hirntumor litt. Die Frau überzeugte den Schüler, dass die Ärzte seinem Vater nicht mehr helfen könnten, da die Krankheit bereits weit fortgeschritten sei und er bald sterben würde. Der Mann hatte angeblich zuvor mit Judith darüber gesprochen und gesagt, er wolle sich umbringen lassen, da dies seiner Familie helfen würde, so schnell wie möglich eine hohe Auszahlung aus der Lebensversicherung zu erhalten. Auf diese Weise bräuchten sie nach seinem Tod nichts mehr, und angeblich war seine Ermordung der letzte Wille seines Vaters. Corey wollte damit nichts zu tun haben, aber Judith beharrte darauf, dass sein Vater ihn gebeten hatte, es zu tun. Der Junge wehrte sich hartnäckig. Nach dem Geständnis des jungen Mannes traf ihn seine Stiefmutter an jenem verhängnisvollen Tag, als er von der Schule zurückkam, an der Bushaltestelle. Judith gab ihm genaue Anweisungen und teilte ihm mit, dass die Schrotflinte in der Waschküche liege und bereits geladen sei. Der Vater schlief und hatte sich bereits auf den Tod eingestellt. Der Junge sollte die Schusswaffe nehmen und dem schlafenden Vater in den Kopf schießen, um seinen Todeskampf zu erleichtern. Der Junge wehrte sich erneut gegen das Schießen, aber seine Stiefmutter überredete ihn auf jede erdenkliche Weise. Sie erklärte ihm, dass Corey aufgrund seines jungen Alters nicht als Erwachsener für den Mord verantwortlich gemacht werden könne und dass die Familie so Ärger mit dem Gesetz vermeiden könne. Die Frau überzeugte das Kind davon, dass es eine gute Tat vollbrachte, indem es die Qualen der Person, die ihm am nächsten stand, beendete. Danach schickte Judith den Jungen mit einem wichtigen Auftrag ins Haus, damit Corey seinen Plan ohne Probleme ausführen konnte, während sie selbst die anderen Kinder nach Hause brachte, um sich selbst ein Alibi für die Zeit der Tat zu verschaffen. Während dieser Zeit schlief Robert mit Ohrstöpseln in den Ohren, sodass er ein leichtes Ziel darstellte. Sein Sohn betrat das Schlafzimmer, legte den Lauf der Waffe wenige Zentimeter vor dem Kopf seines Vaters auf das Bett und drückte ab. Zunächst fehlte dem Kind jedoch die Kraft, den Schuss abzugeben, also versuchte er es erneut. Diesmal löste die Waffe aus, und die Schussladung tötete seinen Vater auf der Stelle. Der Schüler ließ die Schrotflinte neben der Leiche fallen und verständigte sofort den Rettungsdienst. Er erzählte eine vorbereitete Geschichte über die versehentliche Entladung. Corey ist der Meinung, dass die ganze Sache von seiner Stiefmutter sorgfältig geplant war. Sie hatte ihm genaue Anweisungen gegeben, wie er sich auf dem Polizeirevier zu verhalten hatte, was er den Polizeibeamten zu sagen hatte. Er befolgte alle diese Anweisungen genau. Erst als das Blut in Roberts Bett floss, begann er zu begreifen, was geschehen war, denn sein Vater konnte nicht zurückgebracht werden. Zunächst beruhigte ihn die Frau, dass sie nun keine Probleme mehr haben wuerden, dass sie sicher leben wuerden und dass niemand sie eines geplanten Mordes verdächtigen wuerde. Sie ueberzeugte Corey davon, dass sein Vater ohnehin dem Tode geweiht war, dass er sterben wollte und es so gewollt hatte, sodass die Erschießung nicht als Mord angesehen werden konnte. Die Stiefmutter bezeichnete das Geschehene als viel besser als einen qualvollen Tod in einem Krankenhauszimmer. Der Mann verstarb schnell und schmerzlos im Schlaf. Für das Kind war das zunächst ein echter Trost, doch allmählich wurde ihm klar, dass es einen Fehler gemacht hatte. Corey erfuhr, dass sein Vater nicht krank war und deshalb nicht um seine Ermordung gebeten hatte und dass seine Stiefmutter ihn angelogen hatte. Obwohl Judiths Plan funktionierte, wurde das Leben des Jungen in der Folgezeit unertraeglich. Corey gab zu, dass sie ihn ständig schlug und dies fast täglich tat. Judith habe sogar wiederholt gefährliche Situationen herbeigefuehrt, in denen er ernsthaft hete verletzt werden koennen. Der Schueller sagte, sie habe ihn gezwungen, auf ein Gerust zu klettern, ihn ueberredet, aus grosser Hoehe zu springen und ihn einmal an Halloween in seinem Kostum in einen Teich geworfen, in der Hoffnung, dass das Kind ertrinken wuerde. Seiner Meinung nach hat Judith alles getan, um Corey loszuwerden. Außerdem lieferte der junge Mann der Polizei sehr wichtige Informationen. Seiner Meinung nach hatte die Stiefmutter ein neues Ziel. Ihren neuen Mann Gary, den sie zwei Jahre vor dem schockierenden Geständnis geheiratet hatte. Laut Corey hatte Judith wiederholt versucht, den Mann zu vergiften, indem sie ihm ein verdächtiges Pulver in den Kaffee mischte. All diese Aussagen des jungen Mannes schockierten die Ermittler, und sie begannen alle seine Aussagen zu hinterfragen und zu überprüfen. Natürlich luden sie als erstes die neue Verdächtige, Judith, zum Verhuer ein. Die Frau war ueber die Aussagen ihres Adoptivsohns veraergert und bestritt ihre Beteiligung an Roberts Mord und dem Mordversuch an Gary. Judith beharrte darauf, dass die Geschichten nur ein Hirngespinst von Corey seien, aber ihre Worte waren nicht glaubwuerdig, und die Ermittler setzten ihre Nachforschungen fort. Fast ein Jahr nach diesen Ereignissen, im März 2013, wurde Judith verhaftet und wegen Versicherungsbetrugs, schweren vorsätzlichen Mordes und vierfacher Gefaehrdung des Lebens eines Kindes angeklagt. Sie stritt alle Vorwuerfe ab. Am 28. Oktober 2013 begann der Prozess, bei dem Corey der Hauptzeuge der Anklage war. Er erzählte von allen Taten und Grausamkeiten seiner Stiefmutter, einschließlich des Drucks und der Noetigung ihrerseits, seinen Vater zu töten. Auch mehrere andere Zeugen sagten vor Gericht aus, dass Judith durchaus zu einem Mord fähig war. Von Beginn des Prozesses anwarf die Beziehung zwischen dem adoptierten Jungen und seiner Stiefmutter viele Fragen auf. Es fanden sich mehrere Lehrer, die die Fakten eines möglichen Missbrauchs des Teenagers bestätigten. Den Lehrern zufolge sahen sie wiederholt blaue Flecken an Corys Körper. Zunächst schrieben sie es der Unachtsamkeit des Teenagers zu, aber die blauen Flecken wurden immer größer, was Zweifel aufkommen ließ. Gleichzeitig bemerkte niemand, dass die Frau den jungen Mann missbrauchte oder ihm körperlichen oder geistigen Druck ausübte, wie er behauptete. Die Anwälte der Frau beharrten darauf, dass es keinen einzigen Fall von Grausamkeit seitens Judit gab, der von der Polizei oder Medizinern aufgezeichnet wurde und dass die Meinung der Lehrer ausschließlich auf den Worten des Teenagers beruhte. Darüber hinaus hatte Corys Ängsterkreis nie zuvor gehört, dass die Schüsse auf seinen Vater von irgendjemandem provoziert worden waren. Erst in dem Gespräch mit der Lehrerin erzählte er die Geschichte von der möglichen Beteiligung seiner Pflegemutter. Nachdem er seinen Vater erschossen hatte, zeigte Corey Bay seinen Gesprächen mit der Polizei zunächst nicht auf Judith. Gleichzeitig beobachteten die Ermittler das Verhalten des Jungen und seiner Stiefmutter genau, aber sie konnten nichts Verdächtiges in ihrer Beziehung feststellen. Es schien, dass der Schüler sich bei der Frau völlig wohlfühlte, ihr vertraute und sie sich um ihn kümmerte. Auch die Psychologen sahen keine Anzeichen dafür, dass der Junge Angst vor Judith hatte oder dass es Spannungen zwischen den beiden gab. Der Körper des Jungen wies zu diesem Zeitpunkt keine blauen Flecken auf, die Corey später beschrieb. Nachdem die Morduntersuchung und der Fall abgeschlossen waren, waren alle Strafverfolgungsbehörden davon überzeugt, dass die Schießerei ein Unfall war. Der Wendepunkt war Corys Geständnis gegenüber den Lehrern im Jahr 2012, sonst wäre der Fall in den Archiven der Polizei verstaubt geblieben. Obwohl es keine direkten Beweise gegen den Angeklagten gab, hinterließ Corys Aussage bei allen Prozessbeteiligten einen starken Eindruck. Am 8. November 2013 befanden die Geschworenen Judith in allen Anklagepunkten für schuldig. Das Gericht verurteilte die 46-jährige Frau zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung. Corrie sprach zu den Medien und behauptete, die Mörderin habe endlich bekommen, was sie verdient habe. Er sprach davon, dass er die Last jahrelang mit sich herumgetragen habe, dass er missbraucht worden sei, aber dass dies nun alles der Vergangenheit angehöre. Aber die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Judith war empört über das Urteil, das auf den bloßen Worten von Corrie beruhte, der sie beschuldigt hatte. 2016 legten Judith und ihre Anwälte Berufung ein, die angenommen und angehört wurde, und ihr Urteil wurde aufgehoben. Der Richter war der Ansicht, dass die drei Hauptbeteiligten des Prozesses, die bei der ersten Anhörung gegen die Frau ausgesagt hatten, sich in Wirklichkeit auf das Hörensagen eines der Zeugen der Anklage verlassen hatten. Bei dieser Person handelte es sich um dieselbe Lehrerin, der Corrie die Geschichte von der Verschwörung ihrer Mutter erzählt hatte. Zu den Beteiligten gehörten auch ein Arzt und ein Psychiater, die während des ersten Prozesses auf Seiten der Staatsanwaltschaft gearbeitet hatten. Nach Ansicht des Richters waren sie alle voreingenommen. Während des Prozesses wiesen Judiths Anwälte auf zahlreiche Ungereimtheiten hin, nicht nur in Corries Aussage, sondern auch in den tatsächlichen Beweisen, die am Tatort gefunden wurden. Laut Judith war der Junge wütend auf seinen Vater, weil dieser ihn wegen seiner schlechten Noten auf eine Militärschule schicken wollte. Corrie wollte das nicht, aber Robert hatte vor, ihn gegen seinen Willen dorthin zu schicken. Judith glaubt, dass dies das Motiv für den Mord war. Ein neuer Prozess wurde angesetzt. Als Corrie davon erfuhr, schwor er auf seiner Social-Media-Seite, seine Freiheit und Unabhängigkeit bis zum Letzten zu verteidigen und dafür zu kämpfen, dass seine Stiefmutter hinter Gittern bleibt, egal was passiert. Bei der Wiederaufnahme des Prozesses nutzte Judith Alfords Geständnis zu ihrem Vorteil. Dabei geht es darum, dass eine Person nicht die Schuld an einem Verbrechen zugibt, sondern zugibt, dass die Staatsanwaltschaft genügend Beweise hat, um sie zu verurteilen. Dabei beharrte sie weiterhin auf ihrer Unschuld und beschuldigte Corrie, die Geschichten zu erfinden. Judith hatte viele Unterstützer, die glaubten, die Frau sei unschuldig und zu Unrecht verurteilt worden, weil es keine Beweise gegen sie gab. Gleichzeitig gab es Leute, die davon überzeugt waren, dass die Stiefmutter ihren Adoptivsohn tatsächlich gezwungen hatte, seinen eigenen Vater zu töten. Am Tag der Schießerei sah ein Nachbar, wie die Stiefmutter den Schuljungen begrüßte, nachdem er mit dem Bus angekommen war, was für sie ungewöhnlich war. Sie hatte Corrie noch nie zuvor abgeholt. Judith half ihm an der Bushaltestelle und umarmte ihn sogar, was für ihren Umgang mit dem Jungen ungewöhnlich war, denn normalerweise war sie zu allen, auch zu Corrie, eher kalt. Dieses Mal schien sie viel freundlicher und sanfter zu sein als sonst. Als die Polizeibeamt bei dem Anruf eintrafen, versuchte sie ebenfalls Corrie zu beruhigen, indem sie ruhig und liebevoll blieb, was ebenfalls als untypisch für sie galt. Engen Freunden und Bekannten der Familie zufolge war Judith sehr zurückhaltend und zeigte trotz der tragischen Situation kaum Emotionen. Das machte sie natürlich nicht schuldig, aber es verstärkte den Verdacht, dass sie genau wusste, was passieren würde. Gleichzeitig trauerte Judith in den folgenden Tagen nicht. Am Tag nach dem Tod ihres Mannes ging sie zur Versicherungsgesellschaft. Schnell sammelte sie alle notwendigen Unterlagen, um die Zahlung zu erhalten, darunter auch Bescheinigungen über den Arbeitsplatz des Verstorbenen. Innerhalb kürzester Zeit erhielt die Frau eine halbe Million Dollar, für die Roberts Leben versichert war. Diese Eile und der Mangel an Trauer kamen den Strafverfolgungsbehörden zu verdächtig vor. In ihrer Praxis waren in solchen Fällen meist die Witwen die Mörderinnen. Der Staatsanwalt glaubte, dass die Eile, die Versicherungszahlungen zu erhalten, auf den Wunsch der Frau zurückzuführen sein könnte, das Geld zu bekommen, bevor sie in Verdacht geriet. Es ist erwähnenswert, dass Cory nach dem Tod seines Vaters eine ähnliche Versicherungszahlung von seinem Arbeitgeber erhalten hat. Wie sich herausstellte, war Robert I. seinem Arbeitgeber versichert. Judith war nicht die Begünstigte dieser Police, sondern der Empfänger des Geldes war sein Sohn. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass die Frau durch den Tod ihres Ehepartners eine doppelte Leistung erhalten hatte. Es gab viele Widersprüche und Ungereimtheiten in dieser Geschichte, die von Judiths Verteidigern aufgedeckt wurden. Die Polizeibeamten führten nach Corys Schuldbekenntnis der Stiefmutter viele Gespräche mit dem Mann. So wurde die Aufmerksamkeit auf den Vorfall mit dem Baugerüst gelenkt, auf das der junge Mann auf Drängen seiner Stiefmutter kletterte und dann aus großer Höhe stürzte, wobei er mehrere Verletzungen erlitt. Bei der Untersuchung wurden medizinische Unterlagen gefunden, die den Vorfall bestätigten. Corrie machte seine Stiefmutter für den Sturz verantwortlich und behauptete, sie habe ihn gezwungen, in die Höhe zu klettern. Das Personal der Klinik, in der der Junge behandelt wurde und in der die Prellungen und Verletzungen, die er sich bei dem Sturz zugezogen hatte, geheilt wurden, konnte jedoch nichts Verdächtiges feststellen, das auf die regelmäßigen Schläge und die körperliche Misshandlung hinweisen könnte, über die Corrie klagte. Der junge Mann behauptete, dass er täglich von seiner Stiefmutter misshandelt wurde, die ihn schlug und sogar quälte. Ein solches missbräuchliches Verhalten der Frau konnte jedoch nicht ohne Spuren bleiben. Am Körper des Jungen hätte es Verletzungen geben müssen, blaue Flecken in verschiedenen Stadien der Heilung, aber nichts davon konnte gefunden werden, was seltsam erschien. Darüber hinaus behauptete Corrie, dass seine Stiefmutter ihn gegen seinen Willen vorzeitig aus dem medizinischen Zentrum nach Hause gebracht habe. Dabei ignorierte die Frau auch die Forderungen der Traumaärzte, die der Meinung waren, dass das Opfer die volle Behandlung erhalten sollte. Eine Überprüfung der Unterlagen des medizinischen Zentrums bestätigte diese Aussage nicht. Der Junge wurde vollständig behandelt und erst danach nahm Judedin mit nach Hause. Den Unterlagen zufolge bestätigten die Spezialisten, dass keine ernsthaften Verletzungen oder gesundheitlichen Probleme vorlagen. Tatsächlich wurde er nach Hause entlassen und Juded hat nichts dagegen unternommen. Die Familie wurde dann unter die Aufsicht des Sozialamtes gestellt. Auch bei weiteren Kontrollen wurden keine der von dem jungen Mann erwähnten blauen Flecken und Anzeichen von Missbrauch gefunden. Corrie behauptete, seine Stiefmutter habe ihm nichts zu essen gegeben, aber im ärztlichen Bericht wurde nicht erwähnt, dass er unterernährt oder abgemagert war oder andere Probleme dieser Art hatte. Aus Gesprächen mit anderen Lehrern und Bekannten der Familie ging hervor, dass der Teenager seine Geschichte mehrmals geändert hatte. Eine Theorie besagt, dass die Schießerei durch einen Hund verursacht wurde, der das Gewehr fallen ließ. Der Mann, der ein paar Jahre nach der Tragödie Judeds Freund wurde, erzählte ebenfalls Corys Geschichte. In dieser Version stolperte er angeblich über eine auf dem Boden liegende Schrotflinte, wodurch sein Vater in den Kopf geschossen wurde. Diese Version wurde von dem Jungen erstmals im Jahr 2008 geäußert. Andere Theorien tauchten auf, darunter die, dass Corrie mit Schusswaffen hantierte und sie auf den Boden fallen ließ, wodurch der Schuss ausgelöst wurde. Alle diese Geschichten erwiesen sich jedoch als falsch, da der Schuss aus nächster Nähe abgefeuert wurde. Die Polizei sprach später mit einem Arzt für psychische Gesundheit, der Corrie beobachtet hatte. Dem Geständnis des jungen Mannes zufolge schlief er wiederholt in der Waschküche, da seine Mutter ihm kein Zimmer zur Verfügung gestellt hatte. Er beschwerte sich über das Fehlen eines Bettes, aber das stellte sich alles als Lüge heraus. Tatsächlich hatte er die ganze Zeit über sein eigenes Zimmer. Es wurden zahlreiche Fotos gefunden, die diese Tatsache bestätigen. Corrie behauptete auch, dass er nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes am Tatort lange mit seiner Stiefmutter im Krankenwagen saß. Er gab zu, dass sie ihm während dieser Zeit detaillierte Anweisungen gab, was und wie er den Polizeibeamten zu sagen habe. Die Polizei selbst hat diese Aussagen jedoch widerlegt, da sie Judith und dem Stiefsohn unmittelbar nach ihrem Eintreffen keine Privatsphäre gewährte und getrennt mit ihnen sprach, um ihre Aussagen in Einklang zu bringen. Selbst Psychologen haben die Fähigkeit eines zehnjährigen Kindes angezweifelt, ein solches Maß an Kontrolle zu haben, um sich an die fiktive Legende der Stiefmutter zu halten, die einen Menschen geradezu zerlegt hat. Corrie behauptete auch, er habe versucht, seinen Vater wiederzubeleben. Aber er trug keinen einzigen Blutstropfen, der bei Kontakt mit der Leiche unweigerlich auf seinem Körper und seiner Kleidung hätte erscheinen müssen. Auch der Vorwurf, Garys neuen Ehepartner vergiften zu wollen, bestätigte sich nicht. Der Mann wurde einer toxikologischen Untersuchung unterzogen und sein Gesundheitszustand war einwandfrei. Es wurden keine Spuren von Giftstoffen gefunden. Danach gab Corrie zum ersten Mal zu, dass er gelogen hatte, denn er war sich nicht sicher, ob seine Stiefmutter wirklich Gift in den Kaffee seines Stiefvaters getan hatte. Vielleicht war es nur Zucker. Später gab es Zeugen, denen eine auffällige Ähnlichkeit zwischen Corrie's Geschichte und dem Buch auffiel. Es handelte sich um eine Geschichte über Missbrauch. Der Autor des Buches war als Kind lange Zeit missbraucht worden. Diese Geschichte könnte der Prototyp für Corrie's Lüge gewesen sein. Das Buch wurde in einigen Staaten ein Bestseller. Angeblich hat Corrie es kurz vor dem Tod seines Vaters gelesen, obwohl er solche Spekulationen dementiert. Das Buch war in der Tat bei den Schülern seiner Schule sehr beliebt und lag in mehreren Exemplaren in der Bibliothek vor. Nach Überprüfung der Aussage des Jungen und des Inhalts der Geschichte konnten viele Ähnlichkeiten festgestellt werden, die den Inhalt des Buches bis ins kleinste Detail wiederholten. Es schien kein Zufall zu sein. Es sah so aus, als hätte Corrie den Missbrauch durch seine Stiefmutter beschrieben, den er in Wirklichkeit einfach aus dem Buch übernommen hatte. Seine Worte stimmten bis ins kleinste Detail mit der Genauigkeit des Buches überein. Wie der Autor behauptete, auch er, seit seinem vierten Lebensjahr missbraucht worden zu sein. Er beschrieb, wie das Verhalten der ihm nahestehenden Personen immer gewalttätiger wurde. Zu den aus dem Buch entlehnten Geschichten gehörten leichtere Folter. Kein eigenes Zimmer und kein eigenes Essen, Isolation, Abfälle aus einem Hundenapf, Schläge und eiskalte Duschen als Bestrafung. All dies wurde tatsächlich in einer Geschichte beschrieben, die er vermutlich in der Schulbibliothek gelesen hatte. Es gab sogar ein Kapitel, in dem ein Junge versucht wurde zu ertrinken, indem er in seinen Kleidern von einem Boot geworfen wurde. Und wie sich in dem Buch herausstellte, fand der Vorfall auch an Halloween statt. Der Verteidiger fragte sich, wenn das Eingeständnis, dass Judith ihn geschlagen, nicht gefüttert und das Kind in den Teich geworfen hatte, eine Lüge war. Was hinderte ihn daran, alles andere bezüglich der Schießerei zu erfinden? Die Verteidiger glaubten, dass Corey über die Verwicklung seiner Stiefmutter in den Mord an seinem Vater gelogen hatte und einfach nur Aufmerksamkeit wollte. Trotz der Widersprüche wurde Corey als glaubwürdiger Zeuge angesehen, und erst viel später begann man ihm nicht mehr zu trauen. Der Grund dafür waren die ständigen Lügen und Änderungen, die seine Geschichte erfuhr. Jedes Mal fügte er seiner Geschichte neue Kapitel aus dem Buch über ein Kind hinzu, das als Kind missbraucht worden war. Was gegen Judith sprach, war ihre Bekanntheit in der Gemeinschaft der Stadt, in der sie mit Robert und dem adoptierten Jungen lebte. Sie wurde von vielen als eine eher unangenehme und zügellose Frau beschrieben, sodass man sie für schuldig hielt. Die Einheimischen weigerten sich zu glauben, dass Corey freiwillig eine Waffe in die Hand genommen und seinen Vater erschossen hatte. Er schien immer ein guter Junge zu sein, und alle glaubten dem Schuljungen. Sie ignorierten seine widersprüchlichen Aussagen, die ständigen Änderungen in der Geschichte und das Fehlen jeglicher Beweise, die auf Judith hinwiesen. Dank eines von der Staatsanwaltschaft ausgehandelten Deals erhielt Judith zehn Jahre Gefängnis, von denen sie fünf bereits verbüßt hat. Nach diesen Ereignissen wurde Corey auf die eine oder andere Weise rehabilitiert. Eine Zeit lang betrieb er einen YouTube-Kanal namens Corey's Adventures, auf dem er mehr als 2000 Abonnenten gewann. Im Jahr 2020 begann er laut seinen Beiträgen in den sozialen Medien sogar eine Beziehung mit einer jungen Frau. Der junge Mann gab zu, dass er sich endlich erholt hat und die Freuden des Lebens, die man ihm auf so grausame Weise nehmen wollte, in vollen Zügen genießen kann. Was die Geschichte mit der Stiefmutter angeht, so steht Corey bis zuletzt auf eigenen Füßen. Er behauptet weiterhin, dass alle Geschichten, die er erzählt hat, wahr sind. Er wurde nie im Zusammenhang mit dem Tod seines Vaters angeklagt. Judith wurde 2023 entlassen, aber ihr Schicksal bleibt unbekannt. In der heutigen Geschichte haben alte Fehler wie durch einen Schmetterlingseffekt weitreichende Folgen gehabt. Manchmal sind wir uns nicht bewusst, dass neben uns ein Mensch lebt, der seit Jahren einen Groll hegt, bis er endlich bereit ist, blutige Rache zu nehmen. Am 11. Januar 2018 in Sacramento, Kalifornien, USA, begann Dean Wright nervös auf seinen jüngeren Bruder zu warten. Sie waren für den Nachmittag verabredet, aber der Ältere konnte den Jüngeren namens Raymond, oder wie ihn alle nannten, Ray, nicht erreichen. Sie hatten sich immer sehr gut verstanden, waren in regelmäßigem Kontakt und riefen sich täglich an. Doch plötzlich war der Jüngere verschwunden. Er schien spurlos verschwunden zu sein. Es gab keine Anrufe und Nachrichten von ihm. Die Aktivität in den sozialen Netzwerken ging gegen Null, es gab keine neuen Veröffentlichungen und Fotos. Er ging nicht einmal mehr auf seine Seite und nahm das Telefon nicht mehr ab. Der 55-jährige Ray kümmerte sich um seine eigenen Angelegenheiten. Der Mann hatte eine eigene Schreinerei, und er konnte seine Tätigkeit tatsächlich so ausüben, dass sie von der Bildfläche verschwand. Aber es dauerte selten länger als einen halben Tag, wenn er sich mit geschäftlichen Problemen befasste. Nun war Ray den ganzen Tag abwesend. Alle, die ihm nahe standen, Freunde und Bekannte begannen sich Sorgen zu machen. Auch seine Schwester rief Dean an und versuchte herauszufinden, wo sein Bruder war. Auch Rays Töchter, Hayley und Kennedy, blieben nicht fern. Sie bemerkten die Abwesenheit ihres Vaters und riefen Dean an. Sie berichteten am Telefon von ihrem Verdacht, hatten aber keine Ahnung, wohin ihr Vater gegangen sein könnte. Die Töchter sagten, sie hätten den ganzen Tag versucht, ihren Vater anzurufen, aber jedes Mal sei die Mailbox dran gewesen. Der ältere Bruder des Vermissten wählte die Nummer immer wieder, aber er hatte keinen Erfolg. Am Abend beschloss Dean, Rays Haus zu überprüfen, das sich in Rockland, einem Vorort von Sacramento, befand. Außerdem hatte Raymond hier in der Nähe einen Laden gemietet, um sein Geschäft zu betreiben, und die Geschäfte liefen gut. Leider fand Dean keine Spur von seinem Bruder. Weder im Haus noch in der Werkstatt des Mannes gab es Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen oder einen Einbruch. Die Räume des Hauses und die Räumlichkeiten der Schreinerei sahen aus, als sei der Besitzer einfach verschwunden. Der Bruder wusste genau, wie das Haus und die Schreinerei aussahen, aber bei einer genauen Inspektion der Räumlichkeiten konnte nichts Verdächtiges festgestellt werden, das auf einen Einbruch hätte hindeuten können. Auch der Pickup des Mannes war verschwunden. Zu diesem Zeitpunkt geriet der Bruder in echte Panik, da der Bruder plötzlich verschwunden war. Er hatte nicht vorzugehen, seine Angehörigen hatten keine Ahnung, wohin der Mann gegangen sein könnte oder wo sie nach ihm suchen sollten. Inzwischen drehten alle durch, auch die Ex-Frau des Vermissten Peggy. Sie dachte immer noch, Ray sei die Liebe ihres Lebens. Peggy und Ray hatten im Juni 94 geheiratet. Die Frau war von der Freundlichkeit und Romantik des Mannes beeindruckt. Er war ein hervorragender Ehemann und Vater, adoptierte sogar das Kind seiner Frau aus einer früheren Ehe. Das Mädchen hieß Hayley und war damals erst drei Jahre alt. Ray war ein wunderbarer Mann. Er begann sofort, ihr väterliche Zuneigung und Liebe zu geben, verbrachte seine ganze Freizeit mit ihr, ging mit ihr angeln und Fußball spielen, ging mit Hayley schwimmen. Ray wurde zu einem echten Glücksfall für Peggy. Drei Jahre später wurde ihre gemeinsame Tochter geboren, die sie Kennedy nannten. Lange Zeit versuchten sie, eine glückliche Familie zu gründen. Doch nach ein paar Jahren des Zusammenlebens sagten einige Unterschiede in den Ansichten über das Leben. Die junge Mutter arbeitete und widmete ihre gesamte Freizeit den Kindern. Der Ehemann wechselte Arbeit. Während dieser Zeit erlebte Ray die Gründung eines Unternehmens, sodass er sich voll und ganz dem Geschäft widmete und manchmal aus den häuslichen Aktivitäten und dem Familienleben herausfiel, da er maximal mit Arbeit belastet war. Im Jahr 2001 ließ sich das Paar scheiden. Die Kinder blieben bei Peggy und Ray besuchte sie ständig und beteiligte sich aktiv an ihrer Erziehung. Danach blieb Ray mehrere Jahre lang Junggeselle und dachte wegen der hohen Arbeitsbelastung nicht einmal an ein Familienleben. Erst im Jahr 2009 heiratete Ray wieder, aber diese Ehe hielt wegen der Arbeitsbelastung des Mannes nicht lange. Im selben Jahr ließ er sich zum zweiten Mal scheiden. Wie Familie und Freunde des Mannes erzählten, war er so enttäuscht, dass er wegen seiner Arbeitssucht kein Privatleben aufbauen konnte, dass er in Depressionen versank und zu trinken begann. Zum ersten Mal traten bei Ray im Alter von 20 Jahren Probleme mit alkoholischen Getränken auf. Sobald der junge Mann jedoch eine Ehe einging, gab er seine Süchte auf. Nach Angaben seiner ersten und zweiten Ehefrau nahm er keinen Alkohol mehr zu sich und führte viele Jahre lang ein nüchternes Leben. Die zweite Scheidung warf ihn jedoch aus der Bahn und Ray geriet in einen Rausch. Vor dem Hintergrund des Alkoholkonsums begann Raymond ernsthafte Probleme zu bekommen. Der Mann war nie aggressiv oder jähzornig, wurde aber nach dem Alkoholkonsum zu einem Draufgänger. Im November 2011, nach einem weiteren Saufgelage, setzte er sich nachts im betrunkenen Zustand hinter das Steuer. Der Mann hatte sich nicht unter Kontrolle und verursachte einen Unfall. Der Fahrer und die Insassen des zweiten Fahrzeugs, in das der betrunkene Schreiner krachte, wurden verletzt und reichten Klage ein. Wegen Trunkenheit am Steuer wurde Ray zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt und musste außerdem eine hohe Geldstrafe zahlen. Dieses Ereignis war ein großer Schock für Ray und er hörte sofort mit dem Trinken auf. Dazu schloss er sich einer Gruppe der anonymen Alkoholiker an und nahm täglich an Kursen teil, da er aufrichtig mit seiner Sucht fertig werden wollte. Seine Familie und Freunde unterstützten ihn in dieser Zeit und bemerkten eine deutliche Verbesserung von Rays Verhalten und Zustand. Dies war ein Hoffnungsschimmer für alle, die an ihn glaubten, und das waren viele. Er schien alles besser machen zu wollen und die verlorene Zeit mit seinen Lieben und der Familie, die er durch seine Sucht verloren hatte, wieder aufzuholen. Leider hatte Raymond nie die Chance, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Nur ein paar Wochen vor seinem mysteriösen Verschwinden wurde seine älteste Tochter Hayley Mutter. Das war ein glücklicher Zufall, denn er vermied nun den Alkohol und widmete seiner Familie viel mehr Zeit. Ray schien die Rolle des Großvaters sehr zu genießen. Aus eigener Initiative fertigte der Mann in seiner Schreinerei ein wunderschönes Kinderbett an und schenkte es Hayley. Er wollte die Neujahrsfeiertage mit seiner Familie verbringen und bereitete sie als großes Ereignis vor. Es war eine Schande, dass seine Lieben die Feiertage nicht mit dem neuen, veränderten Ray genießen konnten. Nach diesen Ereignissen verschwand er spurlos, Am 13. Januar waren bereits mehr als 48 Stunden vergangen, aber der Mann war immer noch nicht aufgetaucht. Die Familie hatte immer noch keine Ahnung, wo ihr geliebter Ray war. Als Dean am 13. Januar 2018 zum zweiten Mal im Haus seines Bruders eintraf, war das zwei Tage nach seinem Verschwinden. Schon am Eingang konnte er den Geruch von Gras wahrnehmen. Das kam ihm sofort seltsam vor, denn selbst wenn Raymond zurückgekehrt war, hatte er nie etwas mit dem Rauchen illegaler Substanzen zu tun gehabt. Plötzlich tauchte ein unbekannter Mann aus der Dunkelheit des Raumes auf und versuchte, Dean zu verjagen. Der ältere Bruder gab nicht nach und versuchte herauszufinden, wer es war und warum der Fremde im Haus seines Bruders war. Der unbekannte Mann machte einen Schritt auf ihn zu und starrte Dean tief in die Augen, bevor er sich losriss und durch die Hintertür flüchtete. Verwirrt rief der Mann den Notdienst an. Die Polizei von Rockland traf einige Minuten später am Tatort ein. Alles, was nach der Flucht des Unbekannten zurückblieb, war ein Glas mit Eis und Limonade, mit einem Deckel und einem Strohhalm. Dies waren die einzigen Hinweise, die die Polizeibeamten nach zahlreichen Durchsuchungen in Rays Haus finden konnten. Diese Beweise spielten später eine wichtige Rolle bei den Ermittlungen. Natürlich war die Begegnung so unerwartet und verdächtig, dass die Polizeibeamten sofort einen Zusammenhang zwischen dem entflohenen Unbekannten und dem Verschwinden des Mannes vermuteten. Freunde beschrieben den vermissten Raymond als einen kreativen und freundlichen Mann. Nachdem er seine Sucht überwunden hatte, traten seine positiven Eigenschaften noch deutlicher hervor. Niemand glaubte, dass er weggelaufen sein und seine Familie im Stich gelassen haben könnte. Besonders nachdem er Großvater geworden war. Dieses Ereignis wurde für ihn so freudig und lang ersehnt, dass er einfach vor Glück strahlte. Er hatte keine Feinde, auch nicht in der Zeit, in der es Probleme mit dem Alkohol gab. Ray war ruhig und geriet nicht in Konflikte, ließ sich nie in Schlägereien verwickeln. Nach dieser seltsamen Begegnung wuchs Deans Beunruhigung. Er fragte sich, konnte es sich um einen Zufall handeln? Der Mann war mit dem inneren Kreis seines Bruders gut bekannt, aber es war das erste Mal, dass er diesen Mann gesehen hatte, was ihm seltsam vorkam. Es waren erst zwei Tage seit Rays Verschwinden vergangen, als ein verdächtiger, aggressiver Typ im Haus aufgetaucht war. Daher wurde der Fremde sofort zum Hauptverdächtigen in Bezug auf ein wahrscheinliches Verbrechen, aber die Polizei hatte keine Anhaltspunkte, wo genau sie nach ihm suchen sollte. Raymond wurde auf die Fahndungsliste gesetzt und es wurde aktiv nach ihm gefahndet. Die Polizei vermutete, dass der Mann möglicherweise einen Rückfall erlitten hatte und erneut auf Sauftour ging. Er war jedoch als einer der widerstandsfähigsten Mitglieder der AA-Gruppe bekannt. Ray kam nicht dorthin, um um Unterstützung zu bitten, sondern um sich selbst ein Beispiel zu geben und zu beweisen, dass es möglich ist, dem Alkohol vollständig abzuschwören und ein erfülltes Leben zu führen, auch nach Jahren des Alkoholkonsums. In der Tat wurden in seinem Haus keine Spuren von Alkohol gefunden. Die Polizei überprüfte die Bankkartentransaktionen des Mannes, die Daten seines Mobiltelefons und ließ sein Auto durch die Datenbank laufen, fand aber keine Aktivität. Es war, als sei er verschwunden. Niemand, den er kennt, hat ihn in den letzten Tagen gesehen. Wenn der Fremde im Haus irgendetwas mit Rays Verschwinden zu tun hat, dann hat er sich eindeutig nicht an seinen Habseligkeiten bedient. Das Mobiltelefon war ausgeschaltet und es gab keine Möglichkeit, ein Signal zu empfangen. Es war, als wäre Ray spurlos im Boden versunken. Nachdem das Haus durchsucht worden war, wurde eine Suchaktion organisiert. Freiwillige Helfer verteilten Flugblätter mit Fotos und Angaben zu dem vermissten Mann und seinem Auto. Die Polizei wandte sich über die Medien an die Öffentlichkeit, was jedoch zu keinem Ergebnis führte. Ein Phantombild des Unbekannten, den er im Haus seines Bruders erwischt hatte, wurde angefertigt, um mit Deans Worten weitere Informationen zu erhalten. Leider ergab auch ein Datenbankabgleich keine Übereinstimmungen. Die Fingerabdrücke und DNA-Spuren aus dem Glas und dem Röhrchen waren in der Polizeidatenbank nirgends zu finden. Es dauerte eine Woche erfolgloser Suche, bis die Polizei schließlich den weißen 2016er Ford F-250 in die Hände bekam, der Ray gehörte. Das Fahrzeug wurde am 21. Januar in der Gegend der North Highlands-Siedlung verlassen aufgefunden. Diese Gegend war für ihre hohe Kriminalitätsrate bekannt, sodass allein die Tatsache, dass das Fahrzeug hier gefunden wurde, beunruhigend war. Ray hatte keine Freunde und keine Geschäfte in dieser Gegend, also konnte er nicht freiwillig dort hingefahren sein. Die Nummernschilder wurden von dem Pickup entfernt, aber das Fahrzeug wurde anhand der Beschreibung des Bruders des Vermissten identifiziert. Bei der Untersuchung stellten die Gerichtsmediziner fest, dass das Auto aufgebrochen und die Türen geöffnet worden waren. Nach diesen Tatsachen waren die Polizeibeamten überzeugt, dass dem Eigentümer des Fahrzeugs etwas Schlimmes zugestoßen war. An seinem Eigentum war eindeutig herumgepfuscht worden, und dies könnte das Motiv für den Angriff gewesen sein. Angesichts der Zeit, die seit seinem Verschwinden vergangen war, wurde nicht mehr damit gerechnet, dass Ray lebend gefunden werden würde. Die Entführung wurde fallen gelassen, es wurden keine Forderungen gestellt. Trotz der Gewissheit der Polizei hofften die Angehörigen immer noch, dass Raymond bald zurückkehren würde. Nachdem das Fahrzeug von Polizeibeamten sichergestellt worden war, bat die Staatspolizei das FBI um Unterstützung. Die Agenten trafen ein, um sich an der Untersuchung des Fahrzeugs zu beteiligen und mit ihren Techniken nach Beweisen und Fingerabdrücken des wahrscheinlichen Täters zu suchen. An der Verbindungsstelle zwischen Mathe und Karosserie des Fahrzeugs wurden kaum sichtbare dunkelrote Tropfen gefunden. Nach einem Test wurde festgestellt, dass es sich um menschliches Blut handelt. Um DNA-Proben der vermissten Person zu erhalten, wurde Rays Zahnbürste aus dem Haus mitgenommen. Nach dem Vergleich der gesammelten Materialien stellte sich heraus, dass die Blutspuren im Innenraum des Wagens von dem Besitzer des Wagens stammten. Dies bestätigte die beunruhigende Vermutung der Polizei. Trotz einiger Erfolge konnten jedoch keine Hinweise auf den Täter gefunden werden. Die Ermittlungen dauerten 14 Tage und es schien, als wären die Ermittler in einer Sackgasse gelandet. Doch bald trat ein plötzliches Ereignis ein, das die Situation dramatisch veränderte. Am 27. Januar 2018 raste ein unbekanntes Fahrzeug durch Sacramento. Die Polizei war ihm auf den Fersen, kam aber kaum mit der Geschwindigkeit des Razors zurecht, der an manchen Stellen auf 200 Stundenkilometer beschleunigte. Die Verfolgungsjagd, bei der Dutzende von Verkehrsregeln missachtet und mehrere Menschen gefährdet wurden, fand schließlich ein jähes Ende, als der Raser mit hoher Geschwindigkeit in ein entgegenkommendes Auto raste. Glücklicherweise überlebte der Fahrer. Er wurde von den Metallteilen im Inneren der Kabine eingeklemmt, erlitt jedoch nur einen Beinbruch und leichte Verletzungen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Beamten keine Ahnung, wie gefährlich der Mann war, der ihnen in die Hände fiel. Die California Highway Patrol legte dem geistesgestörten Fahrer, der zum Zeitpunkt seiner Verhaftung stark alkoholisiert war, Handschellen an. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Täter um Victor Gray handelte, der bis dahin schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Damals wurde er wegen einer weniger schweren Straftat gesucht und nun kam noch Trunkenheit am Steuer dazu. Er gefährdete eindeutig das Leben von Menschen und war gefährlich. Der Raser wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er unter Bewachung behandelt werden musste. Unmittelbar danach wurde er in das Bezirksgefängnis von Sacramento gebracht. Je mehr die Polizei die Lebensumstände des Mannes analysierte, desto mehr Verdächtigungen und Anschuldigungen kamen auf. Es wurde festgestellt, dass er in einem gestohlenen Fahrzeug mit Kennzeichen unterwegs war, die nicht mit der Zulassung übereinstimmten. Das verdächtige Kennzeichen wurde in der Datenbank überprüft und es stellte sich heraus, dass es zu einem 2016er Modell Ford gehörte. Demselben Auto, das kurz zuvor in einem kriminellen Viertel der Stadt gefunden worden war und dem vermissten Raymond Wright gehörte. Von diesem Zeitpunkt an wurde Victor Gray zum Hauptverdächtigen im Fall des Verschwindens des Mannes. Es mussten jedoch weitere Beweise gesammelt werden, um seine Beteiligung nachzuweisen. Doch so sehr sich die Polizei auch bemühte, gelang es ihr nicht, den mutmaßlichen Schuldigen zu entlarven. Er erfand verschiedene Unwahrheiten und behauptete weiterhin, er wisse nicht, wer Ray sei oder wie er das Nummernschild des Vermissten auf sein Auto bekommen habe. Die erfolglosen Versuche, den Täter zu entlarven, dauerten etwa drei Monate, bis es zu einem weiteren Wendepunkt kam. Im April kamen schließlich die DNA-Ergebnisse von einem Röhrchen aus einem Sodaglas zurück, das in der Wohnung des Vermissten gefunden worden war. Es stellte sich heraus, dass das Profil perfekt mit Victor übereinstimmte. Der Kreis begann sich langsam zu schließen. Der Häftling war tatsächlich im Haus des Vermissten. Außerdem identifizierte der Bruder des Vermissten, Dean Wright, den Mann ebenfalls. Leider reichte das immer noch nicht für eine Verurteilung aus. Außerdem war immer noch nicht klar, was mit Ray geschehen war. In dem Auto, mit dem Victor einen Unfall baute, wartete eine wahre Fundgrube an Beweisen auf die Polizei. Sie durchsuchten es am 8. Mai 2018. In der vollgestopften Karosserie wurde ein Haufen von Gegenständen gefunden, die dazu beitrugen, das Geheimnis von Rays Verschwinden zu lösen. Unter dem nutzlosen Müll befand sich eine schwarze Plane, in der ein Männerhut lag. Es war ein Accessoire, das Dean wiedererkannte. Es war derselbe, den sein Bruder getragen hatte, als er noch lebte. Außerdem gab es einen gelben Regenmantel, den Ray ständig benutzte. Er wies zahlreiche Spuren seiner DNA und seines Blutes auf. Noch überzeugender waren die Brieftasche und die Brille des Mannes sowie ein zerbrochenes Mobiltelefon. Es sah so aus, als habe man es einfach zerstören wollen und es dazu ins Feuer geworfen. Das Handy war zerbrochen, möglicherweise absichtlich oder versehentlich während des Unfalls. Dies konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Das Mobiltelefon funktionierte nicht, aber die Seriennummer bewies, dass es der vermissten Person gehörte. Leider konnten dem Handy keine Informationen entnommen werden, die für die Ermittlungen hilfreich waren. Noch wertvollere Informationen wurden aus dem Mobiltelefon des Täters gewonnen. Aufgrund des gewaltsamen Endes der Verfolgungsjagd flog es weit ins Innere der Kabine. Das Handy wurde erst viel später gefunden. Im Telefon befanden sich Bilder eines großen dreiseitigen Briefes, der an einen gewissen Bob adressiert war. Er wurde am 27. Januar geschrieben, am selben Tag der Verfolgungsjagd mit der Polizei. Darin schilderte Victor die Missstände und Vergehen, die dieser Bob begangen hatte. Am Ende der Aufzeichnung erklärte er, dass es Zeit sei, seine Rechnungen zu bezahlen und er auf sein Geld warte. Nach einer sorgfältigen Analyse des Mobiltelefons des Täters konnten sie Korrespondenz mit einer Frau namens Kathy Bernard feststellen, die in einem Wohnwagen in der Nähe der Schreinerei des Vermissten wohnte. Victor hatte eine kurze Korrespondenz mit ihr, in der er versuchte herauszufinden, ob Raymond allein oder mit jemand anderem in seiner Werkstatt war. Offensichtlich kannte er den Vermissten. Dies geschah in den frühen Morgenstunden des 11. Januar 2018. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Täter, wie die Geolokalisierung ergeben hatte, nur wenige Dutzend Meter von Reys Werkstatt entfernt und beobachtete sie angeblich von außen. Victor kontaktierte die Frau gezielt, um sich zu vergewissern, dass das Ziel der Entführung in der Werkstatt bei der Arbeit war. Kathy verließ das Haus und ging auf Ray zu. Sie wechselte ein paar Worte mit ihm und erfuhr dabei, dass er allein in der Schreinerei war. Als die Frau nach Hause kam, berichtete sie, dass nur der Besitzer in der Werkstatt war. So konnte der Täter sicherstellen, dass er keine unnötigen Zeugen anlockte und mit seinem Opfer allein war. Vermutlich, nachdem Kathy diese Information gegeben hatte, schritt Victor zur Tat. Er überfiel Ray kurz vor 10 Uhr morgens. Die Ermittler hatten Fragen an Kathy Bernard, die möglicherweise an dem Verbrechen beteiligt war. Sie wurde im Oktober 2018 zur Befragung vorgeladen. Zu diesem Zeitpunkt war Ray bereits seit fast 300 Tagen verschwunden. Die Ermittler begannen sofort, die Frau unter Druck zu setzen, denn der Chatverlauf mit Victor war der Beweis dafür, dass sie mit dem Verbrechen in Verbindung stand. Unter Druck gelang es den Ermittlern schnell, sie zu überführen. Kathy gab zu, dass sie Victor tatsächlich informiert hatte, dass Ray in der Werkstatt war. Sie war sich jedoch sicher, dass das Ziel des Täters darin bestehen würde, den Pickup des Vermissten zu stehlen. Widerstrebend kooperierte die Frau mit den Ermittlungen. Sie war schließlich eine der Hauptzeuginnen, die zur Lösung des Rätsels um das Verschwinden des Schreiners beitrug. Als Kathy nach Bob gefragt wurde, der in Victors Brief erwähnt worden war, erzählte sie von Robert Menorah. Es stellte sich heraus, dass er der ehemalige Freund der Frau war und auch eine Verbindung zu Raymond hatte. Leider handelte es sich nicht um eine freundschaftliche Beziehung. Im November 2011, als Ray sich betrunken ans Steuer setzte und in ein entgegenkommendes Auto krachte, waren Robert Menorah und seine Frau darin unterwegs. Infolge dieses Unfalls erlitt der Mann mehrere Beinbrüche. Er humpelte immer noch und hatte täglich Schmerzen. Darüber hinaus war das Opfer mit den Entschädigungszahlungen des Unfallverursachers unzufrieden. Infolge der Klage wurde Ray zur Zahlung von 275.000 Dollar Schadenersatz verurteilt. Der Mann war nicht in der Lage, den gesamten Betrag auf einmal zu zahlen, er zahlte monatlich, manchmal mit Verspätung, und überwies nie große Geldsummen. All dies machte Robert, der einen Groll gegen ihn hegte, noch frustrierter. Als die Polizei Bob in den Datenbanken überprüfte, stellte sich heraus, dass er nicht die beste Person war, mit der man sich anlegen konnte. Er hatte ein langes Vorstrafenregister. Zum Zeitpunkt der fraglichen Ereignisse handelte er hauptberuflich mit illegalen Substanzen, wofür er wiederholt inhaftiert worden war. Bob hatte auch schon wegen bewaffneter Überfälle und Raubüberfälle gesessen. Er war sichtlich verärgert über Raymonds Verhalten und hatte längst einen Racheplan geschmiedet. Robert machte Ray für alle Probleme in seinem Leben verantwortlich, und der tägliche Schmerz ließ ihn das Geschehene nicht vergessen. Der Hass und die Wut stauten sich immer weiter auf und gipfelten schließlich in einem ausgeklügelten Racheplan. Kathy zufolge verschwand Ray, nachdem sie Victors Informantin geworden war. Dann hörte sie von der zweitägigen Abwesenheit eines örtlichen Schreiners und erkannte, dass es nicht nur um das gestohlene Auto ging. Ihr zufolge war sie unwissentlich zur Komplizin bei der Entführung eines Mannes geworden. Also schwieg sie, um nicht ein neues Opfer von gefährlichen Männern zu werden. Später gab Kathy widerstrebend zu, dass Victor ihr von den Ereignissen in der Werkstatt erzählt hatte, nachdem er ihr eine SMS festgeschrieben hatte. Victor bewaffnete sich mit einer Pistole und machte sich auf den Weg zu Rays Schreinerei. Dort schlug er dem Mann auf den Kopf, woraufhin dieser das Bewusstsein verlor. Daraufhin konnte der Eindringling die Hände seines Opfers fesseln und ihn in seinen Pick-up werfen. Während der bewegungsunfähige Autobesitzer auf dem Rücksitz des Wagens lag, fuhr Victor in aller Ruhe durch die Stadt. Auf diese Weise erreichte er sein Haus, das mehrere Kilometer entfernt lag. Als Kathy fragte, ob die Eindringlinge Ray getötet hätten, packte der Verbrecher sie am Hals und befahl ihr, das Thema nicht anzusprechen. Er versprach sie aufzuklären, gab aber nicht zu, was mit dem entführten Mann geschehen war. Im weiteren Verlauf des Verhörs stellte sich heraus, dass Tessa Trimblebobs neue Freundin war. Sie war sehr misstrauisch gegenüber dem Mann, weshalb es für die Polizei schwierig war, diese Zeugen zum Reden zu bringen. Sie wusste, dass er ein gefährlicher Mann war und hatte Angst vor Repressalien. Die Frau gab zu, dass auch sie wusste, was passiert war. Robert ging nicht ins Detail, sondern sagte nur, dass er sich endlich um alles gekümmert habe, was schon lange hätte erledigt werden müssen. Tessa dachte sofort, dass es sich um den Mord an Ray handelte, denn dieser Gedanke war Bob sehr unangenehm geworden. Das Hauptproblem für die Ermittler war, dass Raymond nie gefunden worden war. Trotz aller Bemühungen konnte er nicht gefunden werden. Im März 2021 wurden Victor und Robert immer noch der Entführung und des Mordes an Ray beschuldigt. Obwohl die Leiche des Vermissten noch immer nicht gefunden wurde, gaben die Verbrecher ihre Schuld nicht zu. Sie waren sich darüber im Klaren, dass ihnen in diesem Fall eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Bewährung drohte. Ihre Anwälte argumentierten, dass Raymonds Leiche nie gefunden worden sei und sie nur über Indizienbeweise verfügten, sodass sie nicht wegen Mordes verurteilt werden könnten. Ray galt immer noch als vermisst, obwohl seit seinem Verschwinden bereits dreieinhalb Jahre vergangen waren. Diese lange Zeitspanne machte die Verteidigungstaktik natürlich weniger überzeugend. Viele glaubten, dass der Vermisste nicht mehr lebte, sonst wäre er inzwischen aufgetaucht, aber das hielt die Verbrecher nicht davon ab, ohne eine Strafe aufgrund der fehlenden Leiche davonzukommen. Die Staatsanwaltschaft hatte von Anfang an mehrere Probleme. Eines davon war die Glaubwürdigkeit der Zeugen. Fast alle hatten in der Vergangenheit etwas genommen oder Probleme mit dem Gesetz gehabt, was ein Grund sein könnte, ihr Verhalten als interessant zu betrachten. Einer der Zeugen war Victors Zellengenosse, der mit ihm sprach, während er auf den Prozess wartete, und hörte, wie er gestand, dass Ray vergiftet worden war. Nach dem Mord wurde seine Leiche in Teile zerlegt, wofür ein ganzer Raum vorbereitet wurde, der, wie sich herausstellte, mit Plastikfolien abgedeckt war. Die Polizei durchsuchte erneut die Adresse des Täters, fand aber nichts. Eines Tages gestand Victor seiner Frau am Telefon, dass er die Tatorte säubern müsse, was offensichtlich eine Anspielung auf die Aufräumarbeiten nach Ray's Mord war. Unerwartet legte Victor ein Geständnis ab. Er enthüllte, dass er Raymond tatsächlich entführt und an Bob Minora ausgeliefert hatte, den Mann aber nicht getötet hatte. Der Grund für diese Enthüllungen war die ausbleibende Bezahlung. Laut Victor sollte der Komplize ihm 10.000 Dollar in bar für den Fall zahlen, aber Victor hat das Geld nie erhalten. Tatsächlich war er am Tag der Verfolgungsjagd mit seinem Auto voller Beweise auf dem Weg zum Haus des Kunden, der ihn um das Geld betrogen hatte. Hätte er sein Honorar erhalten, wäre es wahrscheinlich nie zu dieser Verfolgungsjagd gekommen und der Täter hätte ungestraft davonkommen können. Der Prozess begann im März 2023, mehr als fünf Jahre nach Ray's Verschwinden. Leider war es den Ermittlern während dieser ganzen Zeit nie gelungen, seine Leiche zu finden. Victor weigerte sich, schwerwiegendere Verbrechen zuzugeben und wollte natürlich nicht über den Aufenthaltsort der Überreste des Verstorbenen sprechen. Der Prozess war nicht einfach, denn ohne die Leiche war es viel schwieriger, die Geschworenen von der Schuld der Verbrecher zu überzeugen. Im Gegenzug hatten die Anwälte viele Möglichkeiten der Verteidigung. Natürlich hatten die Staatsanwälte ihre eigenen Trümpfe. Dazu gehörte vor allem Kathy Bernard, die sich bereit erklärte, gegen die Entführer auszusagen und im Gegenzug Straffreiheit zu erhalten. Sie spielte jedoch eine wichtige Rolle im Prozess, da sie viele kompromittierende Zeugenaussagen gegen Victor und Robert machte. Victors Geständnis spielte auch eine wichtige Rolle beim Nachweis von Bobs direkter Beteiligung an dem Verschwinden und dem wahrscheinlichen Mord. Die Anwälte konzentrierten sich vorhersehbar auf das Fehlen physischer Beweise, insbesondere der Leiche. Die Anhörungen zogen sich über den ganzen Tag hin. Allein die Durchsicht der Korrespondenz der Angeklagten dauerte 48 Stunden. Danach zogen sich die Geschworenen zurück, um ein Urteil zu fällen. Vier Stunden später kehrten die Geschworenen zurück. Am 17. März 2023 wurden beide Verbrecher des Mordes ersten Grades und der Entführung für schuldig befunden. Die Verbrecher wurden zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Victor weigerte sich, von Journalisten interviewt zu werden, und Robert begann sofort nach der Urteilsverkündung zu behaupten, es handle sich um einen Justizirrtum. Bislang hat er seine Unschuld beteuert und behauptet, Victor und Kathy hätten ihn reingelegt. Die Staatsanwaltschaft hält dies jedoch für falsch, da Roberts Motiv Rache war. Victor war vorher nicht mit Raymond bekannt, und in seinem Fall machte es keinen Sinn, ihn zu töten. Kathy Bernard und Victor Gray unterzeichneten eine Klage gegen Robert, der ihnen angeblich Geld gestohlen hatte. Es handelte sich um etwa 20.000 Dollar. Es schien, dass Victor auf diese Weise seine Vorstellung von Gerechtigkeit wiederherstellen und Geld für die von ihm durchgeführte Entführung bekommen wollte. Diese Forderung wurde jedoch vom Gericht nicht anerkannt. Raymonds Leiche wurde nie gefunden, eine Tatsache, die seine Verwandten immer noch beunruhigt, da sie dem Mann gerne einen würdigen Abschied geben würden. Raymonds Töchter sind nach der Tragödie nicht zusammengebrochen, obwohl der Verlust ihres Vaters sie sehr getroffen hat. Hayley ist glücklich mit ihrem Freund und ihrer kleinen Tochter und arbeitet in einem Restaurant. Kennedy, eine Absolventin der UC Berkeley, baut eine Karriere als Schriftstellerin und Schauspielerin auf. Oft sind es nicht einmal Minuten, sondern Sekunden, die alles entscheiden. Wäre die Hauptperson der heutigen Geschichte ein wenig früher zu Hause gewesen oder etwas später gegangen, hätte er das Blutvergießen verhindern können. Leider stand sein Leben auf der Kippe und die Rache für seine Unfälle war zu hoch. Um 11.35 Uhr am Freitagvormittag, dem 26. März 2004, ging bei der Polizeistation im französischen Dijon ein Anruf ein. Im Hörer war die besorgte Stimme eines Mannes zu hören, der nicht verstand, was geschehen war. Er sagte, er sei von der Arbeit nach Hause gekommen und habe den Boden im Wohnzimmer und in der Küche blutverschmiert vorgefunden, während seine geliebte Ehefrau ohne Lebenszeichen in der Mitte des Raumes lag. Die Disponenten nahmen die Meldung auf und schickten sofort Sanitäter und Polizeibeamte zu dem Anrufer. Um 12.15 Uhr waren die Gendarmen auf dem Bauernhof im Dorf Lano vor Ort. Die erste Person, die sie ansprachen, war der betroffene Ehemann, Laurent Barry. Der Mann war ein 35-jähriger Hühnchenzüchter. Er trug saubere Kleidung und wartete vor dem Haus auf das Eintreffen der Polizei. Er stand unter Schock und konnte nicht erklären, was passiert war, zeigte aber sofort mit zitternden Händen auf das Haus. Die Gendarmen gingen durch die Küche, in der offenbar ein Kampf stattgefunden hatte. Im Wohnzimmer fanden sie die Leiche einer Frau in einer Blutlache auf dem Boden. Nach Angaben von Laurent handelte es sich um seine Ehefrau, die 38-jährige Valerie. Sie lag auf dem Rücken. Schwere Kopfverletzungen waren sichtbar, ebenso wie mehr als ein Dutzend Stichwunden. Die schlimmsten Wunden, die die Frau erlitten hatte, waren jedoch eine aufgeschlitzte Kehle und eine tiefe Schnittwunde, die quer über ihre Brust und auf ihrem Bauch verlief. Die Sanitäter, die am Tatort eintrafen, erklärten sie für tot, und die ersten Anzeichen der Totenstarre waren bereits zu erkennen. Die Frau hatte so schwere Verletzungen erlitten, dass der obere Teil ihres Schädels teilweise vom Rest des Kopfes getrennt war. Die Ermittler versuchten sofort herauszufinden, was in dem Haus geschehen war, und nahmen Kontakt mit dem Witwer auf. Der Mann stand unter Schock, machte einige unzusammenhängende Bemerkungen und war offensichtlich nicht in der Lage, sich zu beherrschen. Die Gendarmen vermuteten, dass er in das Massaker verwickelt gewesen sein könnte, da er sich zumindest nicht zu den Geschehnissen äußern konnte. Er war auch der Letzte, der das Opfer lebend gesehen hat. In der Regel sind solche Leute in häusliche Morde verwickelt, meist sind es Ehemänner, die ihre Ehefrauen massakrieren. Natürlich beschlossen die Ermittler sofort, ihm besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Laurent glaubte nicht, dass seine Frau tot war. Die Ermittler musste es mehrmals wiederholen, bis er endlich aufhörte zu reden und darüber nachdachte. Als die Sanitäter seinen Zustand sahen, boten sie ihm an, ihn ins Krankenhaus zu bringen, damit der Mann psychologische Hilfe erhalten konnte, und Laurent stimmte zu. Erst dann konnten die Polizeibeamten vollständig mit dem Mann kommunizieren. Sofort wurde eine Untersuchung eingeleitet. Direkt neben der Leiche fanden sie eine Pistole sowie ein großes Fleischmesser mit einer Klinge von über 20 Zentimetern. Es gab jedoch keine Fingerabdrücke auf den Waffen, wahrscheinlich weil der Täter Handschuhe trug oder sorgfältig alle Spuren verwischt hatte. In der Hand der Verstorbenen wurde ein Haarbüschel gefunden, offenbar hat sie sich aktiv gewehrt, um ihr Leben zu retten. Laurents Fingerabdrücke wurden in der Küche gefunden, was normal erscheint, da es sich beim Tatort um die Wohnung des Eigentümers handelt. Es ist logisch anzunehmen, dass der Mann verschiedene Gegenstände aktiv benutzte, während er in dem Haus wohnte, sodass dieser Abdruck im Allgemeinen nicht verdächtig war. Dennoch blieb der Mann verdächtig und die Polizeibeamten waren sehr darauf bedacht, mit ihm in einem angemessenen Zustand zu kommunizieren. Die ersten Blutstropfen wurden in der Küche gefunden, und es schien, dass der Angriff dort begonnen hatte. Dem Opfer gelang es, sich in das Wohnzimmer zu bewegen, wo sie ohne Lebenszeichen aufgefunden wurde. Die Polizeibeamten vermuteten, dass sie hier alle 13 Stichwunden erlitten hatte, die später vom Gerichtsmediziner an ihrem Körper gezählt wurden. Gerichtsmediziner arbeiteten am Tatort, um den Todeszeitpunkt zu bestimmen. Angesichts der ersten Anzeichen der Totenstarre war der Tod bereits mehrere Stunden her. Die Geschwindigkeit der Verwesung des Körpers wird jedoch von vielen Faktoren beeinflusst, die die Sachverständigen berücksichtigen mussten. Temperatur, Feuchtigkeit, Kleidung, Vorhandensein von Verletzungen und anderen Faktoren. Die Gerichtsmediziner kamen zu dem Schluss, dass die Frau zwischen 9 und 10 Uhr morgens starb. Natürlich gibt es immer einen gewissen Spielraum für Fehler, sodass die Umstände des Massakers geklärt werden mussten. Am nächsten Tag trafen die Polizeibeamten in der psychologischen Abteilung des Krankenhauses von Dijon ein, wo der Hauptverdächtige festgehalten und betreut wurde. Er hatte sich schließlich etwas beruhigt, war wieder zu Bewusstsein gekommen und konnte mit den Gendarm sprechen. Nach Angaben des Witwers stand er an diesem verhängnisvollen Tag frühmorgens auf, da er Hühner an einen Kunden ausliefern wollte. Zu diesem Zweck verpackte Laurent die Waren und bereitete sie für den Transport vor. An diesem Tag nahm seine Frau den Tag frei, weil sie überarbeitet war und sich ausruhen wollte. Nach Angaben ihres Mannes wollte Valérie die freie Zeit nutzen, um in dem Zimmer, in dem sie später tot aufgefunden wurde, eine allgemeine Reinigung durchzuführen. Gegen 9 Uhr morgens stieg der Landwirt in sein Fahrzeug. Normalerweise benutzte er einen großen Lieferwagen, um die Hühner zu transportieren, aber an diesem Tag war die Bestellung klein, sodass er sich auf einen Pkw beschränkte. Laurent fuhr in Richtung Dijon, wo sich das Restaurant des Kunden befand. Der Ort war 56 Kilometer vom Bauernhof der Familie entfernt. Nach den Berechnungen der Kriminalisten hätte die Fahrt also etwa eine bis eineinhalb Stunden dauern müssen. Laurent hätte zwischen zehn und halb elf dort sein müssen. Zu diesem Zeitpunkt war seine Frau entweder bereits tot oder kämpfte verzweifelt um ihr Leben und verlor den Kampf. Es dauerte etwa zehn Minuten, um die Ware an den Kunden zu übergeben, das Geld und die Papiere in Empfang zu nehmen, und dann ging Laurent direkt nach Hause. Unterwegs hielt er am Haus seines Mechaniker-Kollegen, mit dem er sich etwa fünf Minuten lang unterhielt und ihn einlud, ihn in ein paar Tagen zu besuchen. Gegen halb zwölf war Laurent zufällig auf dem Hof und machte im Haus eine erschreckende Entdeckung. Der Bauer erzählte, dass er, als er vor das Haus fuhr, sofort bemerkte, dass er nicht von ihren Hunden begrüßt wurde. Die Tiere begrüßten den Besitzer immer mit Freude. Das Fehlen der Hunde alarmierte Laurent sofort, aber er konnte nicht ahnen, dass im Haus das Schlimmste auf ihn wartete. Der Mann versuchte, nach seiner Frau zu rufen, damit sie die Tür öffnete, aber ohne Erfolg. Auch das kam ihm seltsam vor. Als er schließlich das Wohnzimmer erreichte, sah er sie bewusstlos auf dem Boden liegen und versuchte zu sprechen. Natürlich reagierte Valerie nicht. Ihr Mann spürte, dass ihr Körper kalt war und warf seiner geliebten Frau vor Schreck den Mantel über. Der Notruf ging um 11.35 Uhr bei der städtischen Notrufzentrale ein. Die Ermittler überprüften die Aussage des Mannes und fanden ihn tatsächlich auf den Videoaufnahmen des Restaurants, in das er das Huhn am Morgen gebracht hatte. Die Gendarmen sprachen mit dem Kunden, der bestätigte, dass er die Ware angenommen hatte, und unterhielten sich kurz mit Laurent. Ihm zufolge wirkte der Mann ruhig wie immer. Er zeigte keine Aggressionen oder Ängste und ging sofort, nachdem er das Geld erhalten hatte. In der Zwischenzeit untersuchte der Gerichtsmediziner sorgfältig den Zustand der Leiche und klärte den Todeszeitpunkt. Er schätzte, dass der Vorfall gegen 10 Uhr morgens begonnen hatte und Valerie erst gegen halb elf ihren letzten Atemzug getan hatte. Auch Laurent wurde während seines Aufenthalts im Krankenhaus sorgfältig untersucht. Es wurde festgestellt, dass er keine Verletzungen hatte und auch keine charakteristischen Verletzungen, die man bei einem Kampf mit einem Opfer erleiden kann. Sie hätten auf jeden Fall welche entdecken müssen, denn die Frau wehrte sich heftig und riss dem Täter vor ihrem Tod sogar ein Haarbüschel vom Kopf. Aufgrund dieser Daten konnte der verwitwete Landwirt von der Liste der Verdächtigen gestrichen werden. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde er aus dem Krankenhaus entlassen und ging seiner Arbeit nach. Der Mann ging nicht zu seinem Hof, da es für ihn moralisch schwierig war, am Ort des Massakers zu bleiben und sich ständig an die Tragödie zu erinnern. Also ging er zum Haus seiner Eltern, wo ihre Kinder lebten. Laurent war in einem sehr deprimierten Zustand. Seine Mutter und sein Vater waren besorgt, dass er wieder psychologische Hilfe in Anspruch nehmen und vielleicht sogar Medikamente einnehmen sollte. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch die Verwandten des Opfers auf den Vorfall aufmerksam. Alle waren schockiert, dass eine junge, schöne Frau in ihrem eigenen Haus so brutal ermordet werden konnte. Die meisten Angehörigen des Opfers glaubten, dass Laurent hinter dem Verbrechen steckte. Die Polizei hatte immer noch nicht genug Beweise, um zu wissen, in welche Richtung die Ermittlungen gehen sollten. Sie zogen die Möglichkeit in Betracht, dass es sich bei dem Angriff um einen missglückten Raubüberfall gehandelt haben könnte. Valerie war ziemlich jähzornig und hatte das Pech, den Täter zu erwischen, nachdem er in das Haus eingebrochen war, und sie hätte versuchen können, den Dieb aufzuhalten, und das hätte sie ihr Leben kosten können. Die verstreuten Möbel und Habseligkeiten, die leere Schmuckschatulle und andere fehlende Gegenstände schienen diese Theorie zu bestätigen. Die Polizei traf erneut mit Laurent am Ort der Tragödie ein. Der Witwer sollte alle Habseligkeiten untersuchen und eine Liste der gestohlenen Gegenstände vorlegen. Laurent stellte fest, dass 100 Euro, eine Armbanduhr und Kleidung, darunter auch Sportkleidung, fehlten. Es war seltsam, dass der Angreifer ein hohes Risiko eingegangen war und mit solcher Brutalität um einer kleinen Beute willen getötet hatte. Von außen wirkte das Haus unscheinbar und nicht gut genug, als dass die Einbrecher daran interessiert gewesen wären. Es gab auch keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen. All dies schien unwahrscheinlich, sodass die Ermittler die Theorie eines Raubüberfalls verwarfen. Die Ermittler wurden auf das Fleischmesser aufmerksam, das auf dem Boden neben der Leiche gefunden wurde. Es stellte sich heraus, dass es Laurent gehörte. Es handelte sich um ein Spezialwerkzeug zum Schlachten von Hühnern. Laurent sagte, er habe es an diesem Tag auf dem Küchenfensterbrett liegen lassen, wie er es oft tat. So konnte der Angreifer wahrscheinlich an das riesige Hackmesser gelangen. Als er das Haus betrat, griff er offenbar sofort danach und setzte das Messer ein, weil er Angst hatte, Valerie könnte versuchen, sich zu wehren. Eine weitere merkwürdige Tatsache war, dass die Wachhunde der Familie zum Zeitpunkt des Verbrechens im Schuppen eingesperrt waren. Dies erschien merkwürdig und könnte darauf hindeuten, dass der Angreifer die Familie gut kannte. Die Tiere vertrauten ihm wahrscheinlich und ließen sich einsperren. Der Angreifer hatte sich also gegen einen Angriff der Hunde abgesichert. Laurent war der Meinung, dass Valerie die Tiere selbst eingesperrt haben könnte, da sie ihr nicht gehorchten und nur dem Mann gehorchten. Manchmal sperrte sie sie im Schuppen ein, damit die Hunde ihr keinen Ärger machten. Die Polizei versuchte, ein wahrscheinliches Motiv für den Mord in der Vergangenheit der Verstorbenen zu finden. Es wurde vermutet, dass es sich um einen Racheakt gehandelt haben könnte, der durch einen alten Groll oder Eifersucht auf die Frau ausgelöst wurde. Nach einer Analyse des Lebens des Opfers kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass Valerie einen einwandfreien Lebenslauf und keine ernsthaften Konflikte hatte. Die Frau arbeitete in einem Krankenhaus und jeder, der sie kannte, beschrieb sie als freundliche und kluge Person, die nicht auf Konfrontationskurs ging und ruhig war. Dennoch berichteten enge Freunde des Opfers von mehreren verdächtigen Momenten. Ihnen zufolge wurde Valerie in den Wochen vor ihrem Tod viel nervöser und zurückgezogener, als ob sie etwas befürchtete. Leider wurden alle Fragen von Kollegen zu diesem Thema einfach beiseite geschoben. Der letzte Verdacht gegen den verwitweten Landwirt wurde durch die DNA-Analyse des Haarbüschels, das in der Hand der Toten gefunden wurde, ausgeräumt. Es gehörte nicht zu ihm, sodass der Mann von der Liste der Verdächtigen gestrichen wurde. Tatsächlich waren die Ermittlungen ins Stocken geraten, da es in den polizeilichen Datenbanken keine Übereinstimmung mit den DNA-Proben gab. Die Beamten der Strafverfolgungsbehörden verbrachten drei Wochen in dieser Schwebe. In dieser Zeit wurde die Geschichte des brutalen Angriffs auf der Farm im ganzen Land bekannt. Die Menschen erzählten sie mit grausigen Details und Gerüchten weiter. Dass es der Polizei nicht gelang, den Täter zu stoppen, löste schließlich bei fast allen Bewohnern der kleinen Gemeinde eine leichte Paranoia aus. Dies wirkte sich jedoch auch positiv auf die Ermittlungen aus. In dieser Zeit meldete sich eine anonyme Zeugin auf dem Revier. Die Frau hatte Angst, ihren Namen preiszugeben, weil sie um ihr Leben fürchtete. Später gab sie ihren Namen doch preis. Die Informantin entpuppte sich als eine Tabakwarenverkäuferin namens Josette. Ihr zufolge betrat am Tag des Massakers kurz vor Mittag ein verdächtiger Mann das Geschäft, in dem sie arbeitete. Er war ihr nicht bekannt und schien verletzt zu sein. Sein linker Arm blutete. Als sie sich die Verletzung genauer ansah, stellte sie fest, dass die Wunde wie eine Bisswunde aussah und sehr tief war. Die Haut und das Fleisch waren zerrissen. Darüber hinaus hatte der Mann zahlreiche Kratzer. Josette bot ihm ihre Hilfe an, aber der Fremde lehnte ab und eilte davon, nachdem er eine Kleinigkeit gekauft hatte. Leider zahlte er in bar, sodass er nicht verfolgt werden konnte, und es waren keine Kameras vorhanden. Die Zeugin gab eine detaillierte Beschreibung des Mannes ab, woraufhin die Polizeibeamten begannen, das Viertel abzusuchen und alle Anwohner zu befragen. Leider brachte auch diese Befragung keinen greifbaren Ermittlungsfortschritt. Niemand kannte einen ähnlichen Mann. Laurent hatte seine eigenen Spekulationen darüber, wer das brutale Massaker begangen haben könnte. Seiner Meinung nach konnte nur sein ehemaliger Geschäftspartner Pierre, mit dem er lange Zeit eine Landwirtschaft betrieben hatte, beteiligt gewesen sein. Die Geschäftsleute hatten einen schweren Streit gehabt, und ihre Wege hatten sich getrennt, als dieser Mann einen großen Anteil an dem Unternehmen gefordert hatte. Natürlich kannte der ehemalige Partner den Hof gut und konnte sich sogar an Laurents Eigenheiten erinnern, wie zum Beispiel an seine Angewohnheit, ein großes Fleischermesser auf der Fensterbank liegen zu lassen. Als mögliches Motiv vermutete er nicht nur einen finanziellen Streit, sondern auch Eifersucht. Nach Angaben des Witwers flirtete Pierre wiederholt mit Valerie, was diese negativ aufnahm. Der Ehemann achtete darauf, wie sehr sie sich in seiner Gegenwart anspannte. Natürlich lud die Polizei ihn sofort auf die Wache ein, um sich mit ihm zu unterhalten. Pierre wurden die üblichen Fragen gestellt, um herauszufinden, was er am Tag und zur Zeit des Mordes gemacht hat. Es stellte sich heraus, dass er kein solides Alibi hatte. Der Mann erinnerte sich daran, gegen neun Uhr morgens das Haus verlassen zu haben und gegen halb elf am Haus war. Dieses Zeitfenster deckte sich mit dem Zeitraum, in dem der Täter Valerie tötete. Außerdem lag das Haus des Vaters des mutmaßlichen Mörders viel näher an dem Restaurant, an das Laurent Hähnchen verkaufte. Theoretisch hätte er also zum richtigen Zeitpunkt am Tatort sein können. Das Alibi des neuen Verdächtigen wurde jedoch später bestätigt, da Nachbarn und sein Vater ihn gesehen hatten. Der verärgerte Ex-Partner gab den Ermittlern merkwürdige Informationen. Laut Pierre stand das Paar kurz vor der Trennung, weshalb er versuchte, Laurents Frau anzubaggern. Dieser erzählte immer wieder von seinem Wunsch, sich von seiner Frau scheiden zu lassen und das Unternehmen allein zu führen. Obwohl Laurent nicht mehr von der Polizei befragt wurde, beschlossen die Gendarmen, sich die Akten des Falles noch einmal genauer anzuschauen. Laurent und Valerie lernten sich 97 kennen. Zu diesem Zeitpunkt war sie 31 Jahre alt und Laurent 28. Die Frau arbeitete als Krankenschwester in einem örtlichen Krankenhaus und kümmerte sich auch um mehrere Klienten zu Hause. Sie war geschieden und zog einen kleinen Sohn allein auf. Laurent hatte sich ebenfalls gerade von seiner früheren Ehefrau getrennt, mit der er zwei Kinder hatte, die bei ihrer Mutter lebten. Während ihres Kennenlernens fanden der Mann und die Frau viele Gemeinsamkeiten und beschlossen, eine Beziehung einzugehen. Am 19. September 98 feierte das glückliche Paar die Trauung. Weniger als ein Jahr später wurde ihre gemeinsame Tochter geboren. Nach diesen Ereignissen beschloss das Ehepaar Barry, sich mit seinen beiden Kindern in einem Bauernhaus am Rande eines kleinen Dorfes niederzulassen, weit weg vom Trubel der Stadt. Laurent beschloss, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu gründen und mit Hühnern und Kaninchen zu handeln, die er selbst aufzog und an Restaurants verkaufte. In der Anfangsphase liefen die Geschäfte sehr gut, und er konnte sogar alle seine Kredite vorzeitig zurückzahlen. Leider brach im Jahr 2003 eine Dürre aus. Und der profitable Betrieb erlitt aufgrund der hohen Sterblichkeitsrate bei den Hühnern große Verluste. Während dieser Zeit arbeitete Valerie weiterhin in der Klinik, was die finanziellen Probleme jedoch nur wenig erleichterte, das Gehalt der Krankenschwester reichte nicht aus, um alle Schulden und Rechnungen zu begleichen. Um ihren Mann in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, begann sie Überstunden zu machen. Viele Leute meinten Valerie sähe sehr müde aus, ihr fehle es eindeutig an Ruhe. Außerdem wurden dadurch die auftretenden Probleme nicht gelöst, die körperliche Überlastung führte zu einem ernsten Konflikt. Im Herbst 2003 zerbrach die Familie Barry fast. Sie konnten sich nicht einigen, weil es um die Finanzen ging. Die Frau war der Meinung, Laurent solle den Hof verlassen und sich eine Zeit lang eine Arbeit suchen. Der Mann war sich sicher, dass sich alles wieder normalisieren würde. Die Kinder und die Frau lebten im Haus und Laurent schlief sogar getrennt von seiner Frau in seinem Lieferwagen. So wurde die Polizei darauf aufmerksam, dass es in der Beziehung des Paares schon ein Jahr vor dem Tod eine offensichtliche und ziemlich ernste Krise gab. Da Valerie mit einem Messer ihres Mannes getötet worden war, stand er nun ganz oben auf der Liste der Verdächtigen. Die Gendarmerie stellte fest, dass das Motiv sehr weit hergeholt schien und der Mann außerdem ein bestätigtes Alibi hatte. Außerdem hielten die meisten Bekannten Laurent trotz seines komplexen Charakters nicht für wütend oder aggressiv und er neigte nicht zur Gewalt. Dennoch beschloss man, seine Persönlichkeit weiter zu untersuchen. Offenbar stand der Mord möglicherweise im Zusammenhang mit dem Erhalt von Versicherungszahlungen. Die Strafverfolgungsbeamten überprüften diese Version, aber es konnten keine Lebensversicherungspolizen gefunden werden, und zwar hinter beiden Ehegatten. Im Oktober 2005, fast eineinhalb Jahre nach dem brutalen und kaltblütigen Massaker an Valerie, entdeckten die Ermittler etwas Ungewöhnliches. Bis dahin hatten die Gendarmen ein kleines Detail übersehen. Eine Aufzeichnung des Notrufs von Laurent zeigte, wie er erzählte, was geschehen war, und dann begann laut zu rufen und nach seinen Hunden zu suchen. Bemerkenswerterweise war in diesem Moment ihr deutliches Bellen in der Nähe im Hintergrund zu hören. Bei der Befragung behauptete der Mann jedoch, dass die Tiere seit seiner Ankunft im Schuppen eingesperrt gewesen seien und ihn nicht einmal begrüßt hatten, weil sie weit weg seien, aber das deutliche Bellen der Hunde widerlegte seine Worte. Die Tiere waren zum Zeitpunkt des Anrufs beim Notruf nicht eingesperrt. Aber warum sollten sie danach eingesperrt worden sein? Warum lügen, wenn es nichts zu verbergen gibt? Um dieser Merkwürdigkeit auf den Grund zu gehen, beschlossen die Ermittler, alle während der Ermittlungen gesammelten Dokumente und Beweise erneut zu prüfen. Dabei entdeckten die Gendarmen, dass die Daten der Rechnungen, die Laurent seiner Frau zum Ausfüllen ausgedruckt hatte, nicht zu dem von ihm angegebenen Zeitpunkt erstellt worden waren. Nach Angaben des Witwers hatte er die Rechnungen am Morgen vor seiner Abreise ins Restaurant erstellt, doch tatsächlich wurden die Dokumente gegen 11.30 Uhr ausgedruckt, also vor dem Anruf bei den Notdiensten. Die Polizei kam zu dem Schluss, dass der Ehemann auf diese Weise versuchte, seine Spuren zu verwischen und die Ermittlungen in eine Sackgasse zu führen. Könnte es sein, dass die Gerichtsmediziner den Todeszeitpunkt falsch eingeschätzt haben? Wenn ja, könnte er mit dem Ausdrucken der Dokumente versucht haben, die Gendarmerie davon zu überzeugen, dass Valerie noch lebte, als er das Restaurant verließ. Tatsächlich könnte sie bereits in einer Lache ihres eigenen Blutes im Wohnzimmer des Bauernhauses liegen. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft von Dijon wird ein Strafverfahren gegen Laurent eingeleitet. Am 17. Januar 2006 wurde der Mann verhaftet. Das Verhör dauerte etwa 26 Stunden. Zunächst verlief alles ruhig, der Hauptverdächtige bekannte sich nicht schuldig. Allerdings gab er der Polizei praktisch keine direkten Antworten auf die Fragen, sondern überlegte jedes Mal lange und gründlich und versuchte offensichtlich etwas zu verbergen. Die Gendarmen interessierten sich vor allem für die Uhr, die laut Laurent aus dem Haus gestohlen worden war. Als die Polizei zu seiner Verhaftung im Haus seiner Eltern eintraf, wo er damals mit seinen Kindern lebte, wurde sein Zimmer durchsucht. Dort wurde die Uhr gefunden. Der Verdächtige gab an, er habe bei der Zusammenstellung der Liste der gestohlenen Gegenstände einen Fehler gemacht und die Uhr später in seinem Auto gefunden, dies aber nicht der Polizei gemeldet. Die Ermittler wiesen ihn auf weitere Ungereimtheiten in seinen Aussagen hin. In der Mitte des Verhörs begann Laurent zu zerbrechen. Schließlich, nach mehr als 24 Stunden mit den Ermittlern, gab der Mann zu, den Tatort inszeniert zu haben, aber nicht den Mord. Er bestätigte, dass er an jenem Morgen die Hunde eingesperrt hatte, bevor er allein ging, weil seine Frau ihn darum gebeten hatte, weil sie sie belästigten. Aber er konnte nicht erklären, warum er in diesem Punkt gelogen hatte. Die Gendarmen waren immer noch davon überzeugt, dass er in anderen Punkten gelogen hatte, da die Hunde zum Zeitpunkt des Anrufs in der Nähe gewesen waren, was bedeutete, dass er sie nach dem Anruf und vor dem Eintreffen der Polizei eingesperrt hatte und nicht am Morgen, bevor er wegging. Die Ermittler vermuteten, dass er sich scheiden lassen wollte, aber eine bevorstehende Gütertrennung befürchtete, sodass der Mord geschah, als ein Streit ausbrach, Laurent die Kontrolle verlor und mehrmals auf seine Frau einstach. Der Mann erkannte sofort, dass die Verletzungen zu schwer waren, um die Frau zu retten. Er beschloss, seine Tat nicht zu gestehen und versuchte, sie wie einen Raubüberfall aussehen zu lassen. Laurent betonte, dass dies nicht der Fall war. Er leugnete nicht, dass er einige Gegenstände weggeschafft und die Hunde eingesperrt hatte, aber er hielt die anderen Anschuldigungen der Ermittler für voreingenommen. Die Gendarmen setzten ihn unter Druck und fragten ihn, wie Laurent seine Frau angegriffen habe und wie lange er gebraucht habe, um den Tatort gründlich von seinen Fußspuren zu befreien. Der Witwer beteuerte immer wieder, dass Valerie noch lebte, als er mit der Bestellung in Richtung des Restaurants fuhr und dass er mit dem Mord nichts zu tun hatte. Daraufhin wurden alle Informationen noch einmal überprüft. Es stellte sich heraus, dass die Gerichtsmediziner sich geirrt haben könnten. Ursprünglich hieß es in den Berichten, das Opfer sei gegen 10.30 Uhr gestorben. Tatsächlich hatte der Sachverständige einige Faktoren nicht berücksichtigt und die Zeitspanne war viel länger. So war es möglich, alle Fakten zu vergleichen und neue Daten zu erhalten. Nach den Ergebnissen der neuen gerichtsmedizinischen Untersuchung wurde festgestellt, dass die Frau morgens gegen halb neun starb. Obwohl der Fehler der Gerichtsmediziner zwei Stunden betrug, könnte dieser Fehler in dem Fall eine große Rolle spielen. In Anbetracht der neuen Fakten hatte der Witwer kein Alibi. Außerdem war der Mann laut seiner Aussage eindeutig am Tatort, da er diesen um neun Uhr verließ, was bedeutet, dass er entweder seine Frau selbst getötet oder den Angriff gesehen hat. Da jedoch keine Spuren für die Anwesenheit von Fremden im Haus gefunden werden konnten, wurde alles auf die Tatsache reduziert, dass der Ehemann der Mörder war. Die Gendarmen wandten sich dann den alten Zeugenaussagen von Valeries Verwandten zu. Selbst anderthalb Jahre später berichteten sie, dass Laurent ein eher unangenehmer Mensch war, unhöflich und aggressiv. Die Verwandten des Opfers wussten, dass die Beziehung zwischen den Eheleuten schlecht enden könnte, und verdächtigten den Mann daher von Anfang an des Mordes. Am 17. Februar 2006, zwei Jahre nach dem Tod von Valery, wurde der Witwer wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Während seiner Inhaftierung verschlechterte sich Laurents geistiger Gesundheitszustand. Der einst erfolgreiche Landwirt unternahm mehrere Versuche, freiwillig aus seinem Leben zu scheiden. Gleichzeitig beharrte er auf seiner Unschuld an der Tat. Laurent weigerte sich, ein Geständnis abzulegen, und beharrte darauf, dass sein Scheingeständnis das Ergebnis eines mehr als 24-stündigen Verhörs unter hohem Druck war, bei dem er einfach verwirrt wurde und zusammenbrach. Der Verteidiger versuchte Laurents beste Eigenschaften während des Prozesses hervorzuheben. Er betonte, dass er ein fleißiger, initiativer und zuverlässiger Mann sei, wie jeder andere auch, er könne sich aufregen, sei aber eindeutig nicht zu einem Blutbad fähig. Einige Bekannte des Paares schlossen sich dieser Ansicht an und waren der Meinung, dass der Witwer einfach nicht zu einem Mord fähig sei. Der Verteidiger stützte sich auf die Aussage einer Verkäuferin, die einen verdächtigen Fremden mit einem Biss in ihrem Geschäft gesehen hatte. Nach Aussage der Zeugin handelte es sich nicht um Laurent, sondern um einen anderen Mann, den sie nicht kannte. Der Verteidiger glaubte, dass dies der Mörder war. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass das Auftauchen des Fremden mit der Wunde ein reiner Zufall war und nichts mit dem Mord an der Frau zu tun hatte. Die Staatsanwaltschaft stützte sich auf die Meinung der Angehörigen des Opfers, um das Gegenteil zu beweisen. Zehn Monate nach Beginn der Haft beantragten die Anwälte des Angeklagten die Freilassung des Mannes. Nach Angaben der Verteidiger konnten sie Beweise dafür finden, dass ihr Mandant zu Unrecht verurteilt worden war und dass er medizinische Behandlung benötigte. In Gesprächen mit Nachbarn der Familie Barry konnten einige merkwürdige Dinge in Erfahrung gebracht werden. Es ist bekannt, dass Laurent am Morgen des Mordes das Auto seiner Frau benutzte, um die Bestellung in das Restaurant zu bringen. Mehrere Nachbarn haben jedoch bestätigt, dass der Lieferwagen, der auf dem Hof blieb, zwischen 10 und 10.30 Uhr den Standort wechselte. Zur gleichen Zeit war Laurent nicht im Haus und konnte dies auch nicht getan haben. Seine Abwesenheit vom Haus konnte nachgewiesen werden. Außerdem berührten die Polizeibeamten, die am Ort des Geschehens eintrafen, laut ihren Berichten die Motorhaube des Lieferwagens. Sie war noch heiß, als ob er gerade noch benutzt wurde. Da die Autoschlüssel nicht fehlten, konnte nur Valerie das Fahrzeug benutzt haben. Dies deutet darauf hin, dass sie zwischen 10 und 10.30 Uhr überfallen wurde und davor noch am Leben war und mit dem Wagen unterwegs war. Der Verteidiger vertrat die Auffassung, dass das Blutbad kurz vor dem Eintreffen ihres Mannes stattfand. Der Staatsanwalt hingegen war der Meinung, dass Laurent das Auto nach seiner Ankunft selbst hätte wegfahren und die Hunde einsperren können. Der Verteidiger wies auf weitere Ungereimtheiten hin. Das Opfer hatte sich offensichtlich heftig gewehrt, aber Laurent war zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei unverletzt. Er hatte keinen einzigen Kratzer, was einfach unmöglich ist. Und in der Hand der ermordeten Frau befand sich ein Stück Fremdhaar des Täters, dessen DNA-Profil nicht mit dem von Laurent übereinstimmte, was bedeutet, dass der Mörder ein Außenstehender war. Die Staatsanwaltschaft stellte diesen Punkt jedoch in Frage. Der Täter hatte alle Spuren an der Tatwaffe sorgfältig abgewischt, aber irgendwie vergessen, sein Haar mitzunehmen. Es schien, dass dem Opfer das Haar absichtlich in die Hand gegeben wurde, um die Ermittlungen in die Irre zu führen. Die Verwandten des Angeklagten bestätigten, dass das Paar Probleme hatte und kurz vor der Scheidung stand. Doch etwa fünf oder sechs Monate vor dem Mord kam es zu einer Einigung zwischen den beiden. Es gab zahlreiche Zeugen, die das Paar an Weihnachten zusammen gesehen haben. Nach außen hin schien in der Beziehung alles in Ordnung zu sein, und die Eheleute begannen sogar wieder damit, vor den Feiertagen schöne Überraschungen für den anderen vorzubereiten. Das lag zum Teil daran, dass die finanzielle Krise in der Familie überwunden war und sich die Dinge besserten. Am 28. Dezember 2006 wurde der Bauer gegen Kaution aus dem Gefängnis entlassen. Er wurde bis zur Wiederaufnahme des Prozesses im Oktober 2009 zu Hause behalten. Die Staatsanwaltschaft bestand darauf, dass mikroskopisch kleine Blutspuren der Verstorbenen an seinen Hausschuhen gefunden worden waren. Die Verteidiger waren der Ansicht, dass die Blutspuren auf Laurens Schuhen erschienen sein könnten, als er das Haus betrat und seine Frau ohne Lebenszeichen vorfand. Der Verteidiger wies auf die Unregelmäßigkeiten hin, die die Gerichtsmediziner bei ihrer Arbeit begangen hatten. Zunächst wurde das Haus nicht abgesperrt. Die Untersuchung des Tatorts wurde nicht sofort begonnen. Als die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung vorlagen, mussten die Polizeibeamten den Tatort erneut aufsuchen, aber die meisten Spuren erwiesen sich als verunreinigt und sogar verwischt. Das lag daran, dass der Bereich des Hauses nicht von Außenstehenden abgeschirmt war. Laurens Mutter traf ein, während sich ihr Sohn in der Wohnung seiner Eltern erholte, um Reinigungsarbeiten durchzuführen. Nach Angaben der Frau erschien Blut auf den Schuhen ihres Sohnes, als sie das Haus putzen wollte und seine Hausschuhe benutzte. Dies geschah einige Wochen später, als sie das Haus wieder betreten konnte. So könnte sie beim Wischen des Bodens mehrmals auf das Blut getreten sein. Die Anwälte beschuldigten die Polizeibeamten der Nachlässigkeit bei der Überwachung des Ortes des Massakers sowie der Nachlässigkeit bei den Ermittlungen. Die natürliche Gelassenheit des Mannes hat ihm einen grausamen Streich gespielt. Der Staatsanwaltschaft und den Geschworenen fiel auf, wie unparteiisch und kaltblütig er sich bei der Verhandlung verhielt. Obwohl es um seine Ehefrau ging, die Laurent nach eigenem Bekunden sehr liebte, zeigte er kein großes Bedauern über ihren Tod. Sein Schockzustand am Tag des Mordes wurde vor Gericht nicht erwähnt. Das größte Problem für die Verteidiger war, was Laurent während des 24-stündigen Verhörs sagte. Obwohl er sich weigerte, den Mord zu gestehen, wurde er dazu gebracht, einigen Schlussfolgerungen der Ermittler zuzustimmen, insbesondere hinsichtlich der Inszenierung des Tatorts. Laurent behauptete, dass dies alles unter Zwang geschah. Er habe nur gelogen, um die ganze Sache aus der Welt zu schaffen. Die Staatsanwaltschaft forderte 20 Jahre Gefängnis. Nach fünftägigen Beratungen kamen die Geschworenen zu einer Urteilsfindung zusammen. Am 23. Oktober 2009 wurde Laurent Barry nach vierstündigen Beratungen des Mordes an Valerie für schuldig befunden. Als er das Urteil der Geschworenen hörte, ließ er den Kopf auf seine Hände fallen und weinte. Seine Anwälte versprachen, bis zum Ende für die Freiheit des Mannes zu kämpfen. Ein Jahr später bestätigte ein Berufungsgericht die Verurteilung, doch der Witwer beteuert weiterhin seine Unschuld. Seiner Meinung nach ist der wahre Mörder noch auf freiem Fuß. Viele stimmen ihm zu und glauben nicht, dass Laurent hinter dem Verbrechen steckt, da es keine direkten Beweise gegen ihn gibt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf.